jo leute herzlich willkommen zu diesem neuen live stream auf jeden fall ja wir warten erst mal bis heute in den stream kommen das stimmt gleichzeitig wie ich ein kollege sogar ok mal gucken ob der stream online ist überhaupt haste benachrichtungen bekommen noch nicht ich kann ja mal auch so nachgucken ohne benachrichtigung ich muss sowieso mein stream reingehen um nachrichten abzulesen lahnbeindorf ich glaube du bist poni bär ich weiß es nicht genau ok 314 abonnenten wäre meist wenn wir heute die 355 abonnenten schaffen ich muss jetzt eben den stream einstellen ok jetzt muss ich eben mein sammeln einfügen dass ich neu erstellt habe leute mein altes sammels und mir erstellt weil ja ich dachte ach so professionelles namens kann ich kann wo ich eigentlich schon kann ich lese sofort die nachrichten vor einem moment okay ganz kurz lassen wir eben zeit eine minute dann lese ich die nachrichten vor versprochen also ungefähr eine minute falls ihr euch fragt was ich gerade esse ich esse gerade ein baguette mit bramoulade käse und sucuk so kommt man wo ist jetzt das sammeln ich muss das eben suchen wo ist es wo ist es wo ist es jetzt wo ist das fucking sammeln ich habe angst jetzt dass ich das falsche einfüge ach hier ist das ich hab's gefunden okay es lädt es lädt es lädt ok wurde eingefügt weiß so jetzt kann ich die nachrichten vorlesen jungs und mädels japani face luca gamer hau grüßchen raus kann man lecker ja danke für guten appetit danke poni bär ja spaß ist nicht schlimm drei zuschauer ihre genaus an drei zuschauer jungs teilt mal alle den stream das wäre richtig ehrenhaft damit würdet ihr mich supporten support ist kein mord jetzt zahlt ja nicht mal 1 cent dafür das ist es ja poni bär poni bär komm du bei mir rein nur hi warte mal habe ich auf privat ja ok so jetzt bin ich online eben ausrufe zeichen kommenter einschreiben fünf zuschauer grüße maus an alle poni bär komm rein ist jetzt öffentlich was versuchte ich eben fünf zuschauer grüße gehen auf ehrenbasis raus teilt mal alle den stream jungs und mädels falls sie ein mädel drin ist was sehr unwahrscheinlich ist poni bär komm rein sechs zuschauer grüße gehen raus an den neuen zuschauer der in den stream bei getreten ist lol du bist abwesend komm rein ich warte auf dich hallo ich mache eben eine runde mit dir dann ich mich mit anderen punkten ja ok wer weiß wenn du den stream teilen würdest ach du hast mir eine geben selbst weil ich habe nur eine bekommen das ist deine schwester im hintergrund ach der hört mich jetzt gerade gar nicht das ist deine schwester im hintergrund ja die habe ich auf könnte sein dass hier jetzt unter der coach ist ja was war los bei der alter leute schreibt mal was sein damit sich so langweilig ist für mich ja komm voll der bach ne danke dass du die börse klaus komm hoch ja unser teammate ja galaxy skin man kenne ja wer seid ihr denn einladen setzen einladen also von hibert mir jetzt gesagt er wollte er will mit seinen freunden zucken der ihr seid aber nicht von meinem live stream ja weil ich bin grad am stream youtube der positive der positive er sagt die beiden mädchen wahrscheinlich battle pass schon voll ich würde niemals zum battle pass vollstufen für 600 euro ist einfach nur geldverschwendung der positive war zimmer hier so heißt ich auf youtube ich habe das kummer unten links das bei dir steht ich bin die chatten hallo ich glaube nur ihr hört mich gerade ja kommen die mann und jetzt leo irgendwas wo es hier der was los in der zeit wurde wechselnd hallo der was mit dem los im brennen okay die 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 Jungs Scheiß drauf Ich muss eh mit Gottschorn in die Party Gottschorn Ja damit du Bescheid weißt Ich bin gerade auf YouTube live Ja was wolltest du sagen Was bringt dir das Nein noch nicht Das glaube ich auch gar nicht online Wir werden ja sehen ob er lügt Ich werde es ja eh nicht zuerst hochladen Deshalb er hat ja keine Chance mich anzulügen Wenn er lügt dann ist er der größte Spaß die alter Zeiten Und ich werde ihn auch in meinem Stream Von meinem ganzen Kanal blockieren Dass er nie wieder kommentieren kann Oder irgendwie sowas Äh clash iron moin Kannst du mich add in clash Ähm ne ich hätte keine Aber du kannst ja mich add in hier Epic Digga warum fragt man Das ist immer das gleiche Das ist immer das gleiche Prinzip Hä Warte mal Wieso kommt jetzt er kommt Ah Aha Wo ist jetzt der comment Ist meine comments deaktiviert oder was Garagenkind Ja doch Okay da Garagenkind Ich gehe im Spielchat Hallo Hallo Äh clash iron Dann schickt mir einfach eine weitere Frage Ja okay wenn die nicht antwortet Dann Pech Okay da möchte jetzt jemand mitzocken Wenn jetzt noch zwei andere Leute mitzocken wollen Dann musst du rausgehen Okay Okay Fünf zuschauer Grüße ihn raus Ich gucke mal wie viele Abonnenten ich derzeit habe Ich glaube ich habe jetzt 350 Oder 300 Ich weiß es nicht Hier live counter gucke ich einfach mal Und 350 Abonnenten alter GG Okay er hat mir eine FA geschickt Annehmen Perfekt hier und irgendwas P P P P P P P P Wo ist hier ein P Ah du wirst mir nicht angezeigt Warte mal Ich komme sofort Ich gehe im Spielchat Hallo Der macht doch keine Eigenwährung Hallo Garagenkind Ey Nelstie wie ich weiß Dass du Gott John bist auch Mach keine Eigenwährung bei mir Der Ja Hör auf Hallo 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 Warte ich gehe im Partysack Er soll kommen wenn er will Ja hör auf Eigenwährung zu machen Und wenn du willst komm rein Komm Wäre echt korrekt wenn du den Stream ausmachen würdest Weil das hört man doppelt Hörst du meine Playz Nein Nein Okay Nice Sagst du meine Nein Sagst du noch Sagst du neu fortneid Ich habe früher mal eine Zeit lang gespielt War auch ziemlich gut eigentlich Habe jetzt nur angefangen Wieder Ja also Also ich treffe mich halt ziemlich gut arbeiten Bau noch nicht so Aber ab letzter Runde 11 kills gemacht Ja nice Ähm Ich habe beim Freund mal Fortnite gezockt Wo ich noch keine eigene Playzivierte Habe ich das meiste 3 kills war Ne Habe ich auch das erste mal gezockt Fortnite Ist ja ein anderes Game wie COD COD habe ich ja 2 Jahre gezockt Aber als eine PC bekomme ich das gar nicht mehr gezockt Sechs Zuschauer grüße ihn raus Mach mal ready Wenn du kannst Und Meine Zeit Ich habe lecker auf 2 2 Jahre gezeugt Und BO3 halbes Jahr Aber auch manchmal BO2 zu der Zeit Und meine zweite Runde auf meiner eigenen Playstation Habe ich einfach Instant 8 7 kills gemacht Oder 9 Ich weiß nicht Ich verlasse Ich verlasse die Party Wie findest du Black of Steel? Ich muss das selber zocken Also Es geht jetzt Aber wenn ich das Ja finde ich auch Oder 70 Euro 60 Euro Keine Ahnung Ich will mir jetzt bald BO3 holen Also erstmal wenn ich online habe Dann hole ich mir BO3 Und dann kommt auch ab und zu mal Black Ops 3 Streams Und Black Ops 3 kann ich mir versichern Bin ich viel viel besser als in Fortnite Black Ops 3 ist aber mega günstig beim GameStop Kostas 10 Euro Kostas 10 Euro Ohne Kratzer Gebraucht Ja genau wie GTA 5 War früher auch übel zu feuern Jetzt kostet es noch 20 Euro Ja 20 Euro ist auch schon viel für GTA 5 Ich habe es ja ausgeliehen Ich habe es ja Jungs wie findet ihr eigentlich mein neues Thumbnail Schreibt mal rein ob ihr es gut findet oder nicht Wenn ihr es nice findet Schreibt ja rein Wenn nicht Dann nein Habe ich übrigens selber gemacht Mein altes Thumbnail wurde mir erstellt Weil ich dachte Ne ich kann nicht so gut zusammen Aber ich kann es eigentlich Ne nicht ich selber Okay Möchtest du Moderator werden bei meinem Kanal Weil ich hab noch Fällen Was mal Heil kommt von Nen Sposten Wo du ein Loll Loll Hä Wieso bist du jetzt runtergefahren Ja das war voll der Back Ich bin auf der Seilbahn Und man habe aus hier losgelassen Und dann äh Okay das war jetzt echt beinlich Face Luca Gamer Hä wieso geht's Sieht doch eigentlich voll geil aus Alter war das gerade schon Scheiße Das war richtig schlecht Ich bin ja extra unter der selber geflogen Ich bin Alter das ist mir noch nie passiert Wie findest du mein neues Thumbnail Äh Habe ich mir noch gar nicht angeguckt Schau ich mir dich an Weil ihr Face Luca Gamer schreibt es geht Ist doch voll nice aus Ja ne Der hat irgendwie kein Geschmack der Junge ich habe mir auch für dieses handel mühe gegeben ich habe noch andere gemacht aber das sieht am besten aus wenn du stühle findest sagt bescheid stühle abbauen also richtige stühle ja auch holzstühle ich glaube ich muss noch vier stühle kaputt schlagen ich habe nur eine ich habe aber auch meine von jungs suggest komm her jagger warte hier ich kann mit dem checker oder willst du den checker haben er sagt wenn du willst gehen jetzt da brauchst du schon mal gehe ich mal runter ins haus also stühle und hier oben liegt eine graue mp ich habe halt nur eine grüne mp ich habe die aufgabe jetzt erledigt junge ich dachte du hast 100 hp deshalb habe ich jetzt den jagger getrunken wieso sagst du mir das nicht ist mir erst jetzt aufgefallen na klar ist das schlimm herr junge sagst du bist nicht es ist gar nicht aufgefallen sagt du hast 100 hp ist voll fertig dass er untergefallen ist ich habe einmal gesagt dass ich nur auf wen ich habe ich hole immer für zehn euro das ist verschwendung weil ich bekomme immer den bett was für voll muss diesen fünf habe ich nicht voll bekommen weiß diesen fünf zugezeugt habe ich mein cousin mein account geben als ich war stufe 70 hat der alle aufgaben gemacht also fast alle dann hat er meine aufgaben halt gemacht da war ich über 90 fast 100 aber er musste dann ja da können dir er muss dann hat er halt auch nur drei stunden schlafen am nächsten tag muss er zur arbeit gehen wenn du heilung findest aber ja auch noch ein slurper den trinke ich mir mal schön mein spaß das wäre ja schon ehrenlos ne hier unten liegt ein bg können wir den warte warte du kannst du noch nicht lass gucken ob wir minis finden oder ja komm aber hier ist ja keiner pläsen deshalb das warten ist halt am besten ich habe es gar ja ich bin jetzt pläsen gegangen weil sie drei kills machen hier ist eine grüne wenn du die willst weil ich habe eine lila ska ich habe ein lagerfeuer lass erst mal nach verbände gucken hast du wenn es ist hier ist ein lager gewehr ok die verbände sind da hier ist noch ein lagerfeuer ne ford my king grüße gehen raus an dich ich habe jetzt keinen bock zwei lagerfeuer zu verschwenden das ist schon scheiße wir werden safe verbände finden die ich gönne mir die mal oben oben ob da oben in eine chest guck mal oder ob da eine überhaupt ist eine chest hier oben hier bei mir liegt eine blaue ak verbände ja ja okay können wir ein verband oder zwei verbände können die zwei weil ein lagerfeuer gibt 50 hp warte hier ist noch ein chest und haben in die zone in die zone in die zone scheiße gg in die zone können die zwei verbände du scheiße ja egal scheiße da sind wir nicht beim auto da kannst du meinen abgeben da oben liegt eine lila ska können die sie ich habe schon eine hier oben bei mir aus dass keines gar immer einen ballon bitte ab doch mal ein ein ballon ein ballon schnell 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 schneller schneller warte hier hier in die restlichen egal scheiß auf die weiter können wir gleich du nein wir können gleich scott weil hier ist einer dabei können die verbände können die verbände während der luft ist es geht ja schüsse jungen spacken da hinten oha 2 das ist doch scheiße es fakt der mein gott am kaputt ist ein neuer abonnenten jungs lassen wir alle ein abo da damit die heute noch die 350 abonnenten vielleicht sogar die 360 also heute haben wir bis jetzt haben wir fünf abonnenten plus gemacht ja ehrenhaft obwohl ich sie mir noch nichtmals lange ich versuche heute vier stunden zu schieben oder so weil ich gesehen genau wie du ihm geschrieben was bin jetzt live oder ja er soll einfach ein join ist öffentlich er ist so glaube ich in meiner fl drin von daher und du machen oder team team will es gott du willst du dennis mach mal bist du ford my king ja okay macht den stream aus mach mal den stream aus wie findest du mein neues haben sample grüße gehen raus papa wer ist das muss ich kicken ja muss ich kicken weil jetzt ein anderer reinkommen will nein nicht nur und nein wer ist das wenn jetzt noch ein freund reinkommen muss rausgehen ausgehen ja der papa bist du behindert oder so für bis ich mal ja ok halli sample hast du mir schon eine freundschaft frage schickt tut man alle bereit schnell sieben zuschauer was dein problem junger wird bis ich jetzt hier raus opfer alter wenn er jetzt noch einmal reinkommt musst du rausgehen ja es passiert gleich die schlacht ich ein spaß die alter mein freund kommt sowieso gleich dann sind wir zu viel von naja passt das salam salam sinanari wenn der gegen traur am geld sinanari ja mein cousin kommt noch eben rein ein moment und da wollen noch da will noch in abonnieren reinkommen ja ich habe mir gesagt er soll reinkommen aus der erst noch gar nicht online oder warte ich komme mal ganz unten ja er kommt jetzt online ja dann lass einfach zocken ist jetzt mitzocken oder nicht schon einfach rein ich glaube ich habe schon deine elfer angenommen okay mein freund wollte auch noch reinkommen mein cousin sample keine ahnung keine nachschauen ihm hat der pech wenn jetzt noch was rein schreibt hat der glück aber ja ich schreibe immer oder naja 573 abos hat er und ich habe es gerade mal 200 200 ist nicht wenig also für den anfänger ich habe früher sehr viele live streams gemacht der schweiz 0 also gleich kommt mein cousin er kommt aus belgien also holland je nachdem er kann halt kein deutsch er kann nur bisschen er kann halt nur türkisch und englisch und holländisch halt frosty flight oder willst du action tilte du sagst du magst action ja dann kommt hültig schnell neun zuschauer grüße hinaus an alle werden als wenn ihr ein abo da lassen müsste ist keine pflicht aber support ist kein mord ja dann lass gleich happy hamilt oder present sollte sie je nachdem ich musste im present immer noch diese scheiß drei kills man schafft das irgendwie nicht zehn zuschauer rekord heute also für heute ist das der rekord das war nicht mein rekord mein rekord war 14 zuschauer hey was geht ab abgp du bist sehr inaktiv ich werde dir vielleicht einen mod wegnehmen ne sei bisschen aktiver hä wo bist du was ja ich bin hier weitergeflogen ich dachte du willst es da hin ach so ja okay dann mach dich mal bitte schnell auf dem weg froh sylvester ich habe ach so äh ja ford make king danke ich hab dich jetzt gekippt weil deine freund die ganze zeit reinkommen sind und das geht einfach nicht dass die ganze zeit reinkommen ja hier ist ein scheiß flugzeug solche hobbys losen leute ne die mit flugzeug hierher kommen ich komme jetzt ich komme jetzt aktiver das heißt ich werde jetzt aktiver apgp oh ja hier sind so viele gegner ist ja normal oh nice da ja ich muss schnell runter bevor er mich hier runter ballert der pizza ach zuschauer grüße hinaus an alle teilt mal unbedingt den stream jungs und mädels keine ahnung ob die mädels dann sind ich weiß es nicht ich muss mal eben ganz hoch diese taschenburg werfen mädels sind eigentlich sehr 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 selten im stream ja mädels in fortnite ja das ist immer mein blumensspiel okay taschenburg habe ich scheiße geworfen wollte ich auch der hessen gegner bei mir ne Ja, ich komme Ja, okay, weil es geht einfach nicht, dass deine Freunde die ganze Zeit reinkommen Ich habe ja gesagt, wenn einmal noch deine Freunde reinkommen, musst du rausgehen Du bist ja, du, ich habe dich ja nicht rausgegangen Ich habe dich ja nicht rausgegangen, ja, mein Deutsch Ich habe dich ja nicht gekickt und so Dann lassen sie nochmal zweimal reinkommen Nein, das geht nicht Ich bin aber im Main-Gebäude, ne, ich bin jetzt bei dir Lass mal rausgehen aus diesem Gebäude, hier stirbt man schnell Hier, komm Hast du dich verirrt? Komm hier rein Hier oben liegen zwei grüne Palms Komm, lass du den Fight gehen, oder? Ja, dann sterben wir Da hinten, ne? Hatte? Ich habe springstoff Ja Hinter uns Komm mit, komm mit, komm mit Komm, wir gehen hier hin, ist am besten 6 Zuschauer 6 Zuschauer Kannst du am 24 24.15 Wirst du ein leicht Ach du meinst 24.15 Hä? 24. Hä? 24.15 12 Hä? Junge Du bringst dich grad durcheinander Ne, dieser APGP Bring mich durcheinander Da liegt irgendwas Da liegt irgendwo was Okay Miet weg Weil hier sind granaten Die nehme ich dann mit 24 uhr einen live streamer 24 uhr Ja, weil ich auch kein leben mehr habe APGP, ne? Weil mein leben nur noch aus streamen besteht Hä? Digga Der Hector LOL An Silvester Wahrscheinlich Ich habe ihn 6 Hits gegeben Und er stirbt einfach nicht 7 Kills und Tiltes Das ist doch schon psych krank, alter Okay, habe ich auch schon geschafft 8 Zuschauer Jungs und Mädels Wenn euch mein äh Thumbnail gefällt Schreibt mal in den stream rein Ja, gefällt mir Weil das interessiert mich jetzt echt Hallo Ja Warte mal Ich guck mal ob mein kollege schon online ist Ne, der ist nicht Mein Cousin kommt jetzt auch Sehen zuschauer Das gehört Ja, Karin perfekt Semi Er geht an dich raus Ach du hast den live stream wieder gelöscht Ach das ist der 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 Das ist dieser Typ Den ich den Freundschaft auf der Frage geschickt habe Ach du scheiße Ja, gefällt mir Ja, okay nice Warte mal Ich guck mal jetzt eigentlich Wie dieser sample heißt Ich guck mal in seinen streams Was wird jetzt reingeschrieben Soll ich Ja, komm rein Wenn du willst Aber mein Cousin Und mein Freund Wollten mitspielen Da muss einer Also entweder Sam clash Oder Du zockst halt mit jemanden an Das ist mir scheißegal eigentlich Der hat eine pc ansicht Ich guck mal wie der heißt jetzt Hallo black screen Jo 40 minuten black screen Wer heißt wenn du bereit Du würdest Achso Ne Vergesse ich immer Secret moon girl Heißt der so Äh Äh Ne Abwurts Das war nicht Eigenwerbung Ich habe eingeschrieben Ich bin nur live Ich habe nicht gesagt Kommt in meinem stream rein Und so Karim hast du party Ne Habe ich nicht Elf zuschauer Ok für heute ist rekord Elf zuschauer Wenn wir jetzt noch vier zuschauer Reihen bekommen 15 zuschauers mein rekord dann Alle die jetzt im stream sind Schreibt mal rein Wie euch mein thumbnail gefällt Weil es sind ja gerade elf leute in meinem stream Ok sagen wir mal zehn Ich bin ja der helfte Äh Ach du Scheiße Frosty flight Frosty Oder komm happy hamild oder Ja ok Happy hamild Ah schon falsch geflogen Da ist happy hamild Perfekt Ja das weiß ich ja schon Sammy deine antwort Jungs wäre nice wenn ihr den stream teilen würdet damit die community größer wird Und wer jetzt nicht hier so getätet oder was Ja weil der bus von da geflogen ist Okay hier sind Waffen Zwei Stück Ja schön ich kann nicht mal hier rein laufen Zwei kills muss ich und komm Bei mir ist keiner ne Wärst du zu mir Wärst du zu mir Ich hab ne SCAR Gönnung Hier ist auch ne graue AR für dich Jagdgewehr für dich Ganzes paket für dich Ich hab ne taschen burg ich place die gleich ok Und dann staub ich mir da die gegner ab Neun zuschauer ehrenbasis ehrenwärtig Ja alter richtigen headshot alter Ist der warte warte Finish den ich finde ich den nicht Lass mich dem mit spitzack finischen Hab schon gefinished Und sein teammate Keine ahnung der ist einfach gestorben Die sind ja schon tot angeblich Ja Junge kommt euch alle zu mir hoch Ja geil Hier ist irgendwo noch einer Bist du aufgestellt Nee eigentlich nicht Ich hab grad auch nicht Ich hab grad irgendwas gemacht Und hab ihn getroffen Ich hab mal richtig schlecht alter Die haben mich noch ein bisschen Schaden von mir Oh Ich nehm alles zurück Soll ich komm Hä Digga 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 Hol ihn hol ihn hol ihn hol ihn Nein das Ja lad doch mal alter Fuck Da hat bei mir nix connected alter Das ist doch scheiße man Aber vom feinsten So richtig mit genüss 350 abos Einheit auf uneherenbasis Sehr holen jetzt Hallo ein boot Bootser Warte mal Ich muss wieder auf youtube gehen Irgendwie war es voll inaktiv bootzer Fortnite war kaputt Komplett Also ich konnte nicht nach vorne laufen Ich höre bei irgendjemandem Nein games sound Bereit drücken ne Hast schon wieder vergessen Ne war mal eine Stimmung Ganz gut Und So dauert noch 10 Sekunden Hä wieso 10 Sekunden Ja hab ich noch was beim Battle Pass gemacht hab Ey der neue member bei Apo Der hat hier über 4000 wins ne Ja ich weiß wohl krank Wie viel hast du? Hat er grad gezeigt 80 oder so Ich weiß es nicht Ich bin in Fortnite nicht gut Wenn ich wenn ich COD habe Ich zerstöre jeden Alter Da kann mir keiner was sagen In Fortnite bin ich nicht gut Ich hab grad auch ab Ich bin mir mittelmäßig Ich hab grad absolut vereint bei dem Gegner Also diese Stelle muss ich mir nochmal im stream angucken So wo ist der Pisser Der hat mich von Unnötig falsch an Ja moin So aha aha da haben wir den schön Da haben wir den schon Den Pisser Die neue Pump gefunden Hä das war ein Headshot Ja wir spielen Team Ja da ist es gut Oder Happy Hamilt Komm Oh ne oder Komm einmal muss ich jetzt da noch hin Ich muss jetzt ein Kill da holen Wo ist das Happy King? Hier ist Happy Hamilt Ok Ja moin Gerade elf Zuschauer Jetzt sind es nur sechs Aber sechs aktive oder? Sind hier Gegner? Kommen hier welche hin? Ja Ein Marco Hängegleiter oder? Ja ist Marco Ja moin Ich geh hier hinten hin Nein Nichts eingefahren So In Fortnite haben die viel neu gemacht ne? Ist das wilden Westen? Nein Nein Das ist ganz normal Scott Weil ich sofort Schießeisen bekommen habe Boi Junge Boi Junge Komm da Komm wie ich hier drinnen Kommt der nächstes was hier rein Ich muss ein Kill holen Ein fucking Kill Also hier in dieser Stadt Ich glaube ich gehe oder? Ne oben war noch ein Biggie Der ist mir wichtig Hier ist noch eine chest Hier können wichtige Sachen rauskommen Ja Schau dir auf das gar Guckst wichtig Warte ich komme ich komme du bist blau ne? Ne du bist gelb Du Junge Alter da hinten sind drei Leute einfach Ja wo läuft den Wo läuft den direkt da rein? Ja da stehen einfach drei Leute auf dem Haus Ich geh tag doch nicht zu oder was? Ich meine Waffe Geht vor Ja Sonst geht Geht dann Okay schatten Hier liegt eine grüne AR Okay ich hab meine Aufgabe erledigt Ach ihr lebt ja noch ja warte ich muss ja ok wenn du dir sehen ich wollte jetzt eigentlich aufheben für den damit er den ich bekomme es sei auch voll unlogisch weil er muss ja erst mal wieder lebt werden ja genau zu behindert da steht der einmal draußen von der vom fenster mach mal die türen zu machen 64 erhält danke dafür hab ihn von wo habt sein freund sein anderer kommt von wo der kombo vom dach der pisse ja genau kommt genau alles klar er gibt alles keinen sinn alter erholt die safeness oder der hat mich irgendwo vom dach geholt ich weiß nicht wo alle die gerade im stream sind schreibt mal bitte was rein damit ich weiß wer im stream ist das wäre auf jeden fall ehrenhaft ok stufe 48 bettet was ich habe noch gar nicht woche 4 gemacht ich habe jetzt zwei sachen bei woche 4 erledigt eliminiere gegner bei expeditionssausen posten hey sind die feuerwerk ja ok mein cousin nutze den doppeldecker x4 storming in verschiedenen matches zweimal noch ich muss einmal jetzt in einem doppeldecker also ein flugzeug einsteigen aber obendrauf auf dem flügel ich habe 1200 die wachs ich habe mir ausversehen diesen lebkuchen mann gold ne fünf zuschauer grüßt sie gehen raus an den neuen zuschauer der gerade neu in stream gekommen ist wäre nice wenn du ein abo da lassen würdest wenn wir heute noch die 355 abonnenten schaffen also die 350 haben wir heute im stream erreicht was ehrenhaft ist aber damit auch die 350 bleiben weil ich die 355 erreichen steht hier glaube ich schon mal auf jeden fall heute neuen leiter oder morgen besser gesagt na 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 gesehen pleasant park Jan 6 zuschauer grüße hinaus eine neuen zuschauer v discourse meistens wer ehrenhaft ist ohne ein abo dar lassen würde es damit heute noch die 355 sabotente schaffen letzter zeit mach übelst viele abos also gesehen dass da sich 355 also als batman wann warst du zuletzt auf meinem youtube kanal als noch nicht die 300 hatte und dann bist du ja wieder auf meinen kanal gegangen wie viel abos hat sich zu der zeit 300 euro sohn aber ich konnte doch gar nicht stehen mein controller kaputt war deswegen zuschauer bin da ich handy war der handy wird mit angeschrieben wieso hat er so viel hp ist ja klar dass ich finde ich ja ne ich will meinen killer herr wieso bekomme ich so viel das gas kann ich noch mal ausfahren die pistole mit oder in den gegner shit sieben zuschauer könnt ihr zu mir kommen x haus also main gebäude hallo kommt ihr da hinten sind gegner auf weh von mir aus gesehen sieben likes ja kommt mal zu mir weil bei mir hier sind gegner warte lassen mit dem zusammen hat der sniper munition ne habe ich nicht komm wo ist der da hinten geht noch gehen noch gehen noch gehen noch was macht ihr noch welche ja ich weiß ich bin der diegel geholt er kommt einer soll mich hier in einer so mitschielen so ein spack ohne so ein spack ohne basti ach du scheiße ich habe mich vor dem steam aufgewählte ich wollte sofort sie wegen du kriegst king bist wegen du kriegst ging bis junge was schreibst du warum haben so viele rechtschreibfehler ich mal auch nicht so heftig der dieser dieser fortnight kinder der schreibt wegen du der king bist ach jetzt habe ich das gecheckt weil du der king ist mein täglich der schreibt so als ob er ein flüchtling ist ja und seit zwei monaten in deutschland ist ja da lachst du boots an 32 lachte mir hier kleine kinder aus drei zuschauer ja warte warte gleich jetzt hat er mich ähnlich belastend ich habe richtig bock heute zu stream alter ist immer so bis 21 oder so mal schauen nicht nicht ja was ist ja bitte ich fand das andere fangen besser mit fortnight live stream ja aber dieses grüne gefällt mir nicht ja ich photoshop ja weil ich auch ein pc habe ich habe der mir der mir ein thumbnail erstellt hat er hat mir eins erstellt hashtag ihre man ja auf igp duo er hat mir eins erstellt hat mir nicht gefallen habe ich gesagt kannst mir neues machen mit ja das und das hat er gemacht nach meinen wünschen dann hat er mir ein neues gemacht habe ich da ja wäre ein neues machen könnte ist und bei dem hat er richtig reingeschissen dass er mir gemacht hat tilted oder lassen eine stadt geben pläsen oder tiltet was denn jetzt ich bin ja gut so tief jetzt müssen wir zu ihnen gehen kommen nein aber ich schaffe noch pläsen ja ok es ist wieder fünf zuschauer du hast ja gesagt hey so sind so wenige es ist so mal kommen welche rein mal gehen wieder welche also für dich gleich ein bei dir merkst du das bestimmt auch aber es sind durch ständig mindestens fünf zuschauer keine waffe ja ihr wollt pläsen gehen ja verbände ich soll auch mit verbänden schießen der spieler pixel epic action ach so diegel hast du hast du diegel ich habe gar keine waffe ja nein nein warte ja ja oh mein gott er könnte mal den tannenbaum können mal den ganzen tannenbaum auf ehre ja ich kann dir drei verbände geben ich habe auch nur drei draußen habe ich können mein mini oder ich hab ich selber getrunken von daher passt 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 oder stimmt mit einfach der 110er hit 110 hat der ist wirklich so viel mich hier mich ich habe gesagt hier mich na klar ich habe ihn 110 erhit gegeben ich habe ich komme das jetzt noch mal an weil ich ja kein 110 erhit gegeben ne 100 erhit aber ist ja das gleiche zehn schaden oder das macht schon was aus will jemand mit ach so ja okay wir wollen ja schon zwei stück damit unsere community größer wird okay mein kurs ist da hallo er kann kein deutsch deshalb er kann mein du kannst nur ein bisschen alles klar Okay. 8 likes hat das team ja moin ja moin hustalarm geht ausrufezeichen discord ja geht guck ja ich muss das noch ja ich kenne nichts gott von mir ich kenne das von meinem cousin er hat mir das gezeigt was ist das und so siehst du das ja ich habe ja das wort kennt sich damit aus ja ja wieso mädchen heißen hä wieso hast du ränge erstellt ja ich habe alles mitglieddrang supporter dann gibt es noch wie heißt es moderator und honor und youtuber gibt es auch noch oh mein gott mp 90 mitgliedschen gold sieben zuschauer wissen aus alle neun zuschauer okay ich hab den besten not aller zeiten ich brauche jetzt nur noch eine pump anfall wird zusammengeschrieben und mit 2l oder mit 2l ich gehe mal zum weihnachtsbaum ich habe auch keine schnell die chess können bevor der boot sagt kommt ach so ich dachte du kommst jetzt mit rein ist mir egal ob du reinkommen wer ist oder nicht boah digga was mit dem los alter sorry intellektuell deutschlehrer junge du und dein intellektuell junge was ist das für ein kack alter sagt er mir hier intellektuell okay ich habe eine pump putzer was würdest du ich habe eine ich weiß was nehmen soll oder hier bei mir liegt eine goldene schall gedämpftes gar wer möchte haben und eine lila und eine schall gedämpftes gar das meine akasha wieder hingelegt ich kann damit eh nicht klarkommen ich habe ich noch mal die goldens question dann nehme ich die shop soll dann klash jan haben ja komm da sind glaube ich gegner oder ich habe ein slurper bei mir gleich komm her trinkt ich habe auch ein slurp kommen ja trinkt den und hier ist noch eine chest big shield ist hier kann ich den ich habe gold ich brauche nichts ich habe alles ich brauche nur eine pump ich habe nur eine hässliche schrotwinte ah ja munition müssen dann habe ich ich habe einen bänden ich schaue schaue sind wir jetzt pc lobby ja ja okay dann streng ich mich mal ein bisschen an das ist cross platformen minis ich nehme die mit einer sollte zehn verbände mitnehmen kann einer zehn verbände mitnehmen clash ich kann ich kann ja okay kommen ja ich habe noch ein platz frei hier ist ein big schild die bei ihm wer kann mitnehmen ja dann nimm den bildschild mit scheiß auf die zehn verbände ich habe ich habe hier hier ist der bildschild 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 ja ein kann ich mitnehmen ja ich brauche nur ein hier ist nur chess ich gönne mir die geschenk aus löschen war ja ich habe fallschaden bekommen da hinten ist noch ein bg 3 bis jetzt immer noch drei stecken oder nur 23 noch ein bg jetzt hast du hier vier bg ist ja aber ich kann ja nur drei aufnehmen ich dachte wenn gegner ich gehe zur zone ja ist doch egal jetzt haben wir besseren loot malachit kappa nein hier sind weitere minis keiner hat bescheid gesagt ich habe 800 maps brauche wer was ich habe 400 flugzeug schießt auf flugzeug auf 30er hit okay die gegner sind hier ok ich streng mich an hab einen weg so eine noobs der stand vor mir hat noch über einen schuss getroffen ja kommen erzählen kann ich dir geben da liegt zehn streng den bg drei zuschauer gott habe ich mir erschrocken hast du keine pump money ich habe kaum was wie viel hast du denn noch ich bin zwölf sinan abi ne kadar pump money senden war lazım mu bu cepik ona lazım ben ona ben ona on tane verdun ne kadar verdun 20 ich hoffe sei es gesehen hat er steht vor mir trifft ich mal ein schluss mit in ak muss man auch mal machen das ist auch nicht jeder hier hat jemanden geplast wo hier vor mir komm lass den tüter bleiben hier ist wer hier ist ein squad oder adam war wohl das in der nabe da war ein squad weiß dich schön an wo ich sehe ich sehe hier nichts aber ich höre schritte hier hier ich komme ich komme wo 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 da unten rund und oh mein gott was nun die minis oha hey da die ah ja ok nehm du die sinan abi jede minis aber das wenn dann unten war wie purple ak hier kommen ich gebe dir hier 200 hier 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 liegen sieben minis einer soll die mitnehmen mutter kommers oben bei mir liegen auch noch drei so ist das ein paar wurde schminis war sinan warte die kannst du nehmen habe hier hier liegt noch ein big schild hier liegen noch minis einer soll die mitnehmen ich kann ich kann ihn mitnehmen aber dann habe ich keine biggys hier ist ein rift rift kommt her kommt her kommt her das meine das meine das meine die 1 du geh warte 1 2 3 intro oh mein gott soll ich machen das kann aufwärtslich gut ne rie ne rie ja das klick da kommt auf dem flugzeug drauf kommt kommt einsteigen wurde ergeht wurde ergeht kommt kommt hier hin kommt hier hin jungs ok ich schiesse das auch flugzeug drauf er hat hit von mir er hat hit von mir noch ein hit 53 erhit noch mal von mir erschießt und schießt die sind von hinten gekommen aus oh es ist raus an dich auch junger kennst du mich noch nee also dein stream name vom stream kenne ich dich wie heißt er spielt mit meinem cousin hat er gesagt wie heißt der mode der besinnlichkeit besinnlichkeit warte sucht doch besinnlichkeit besinnlichkeit passiert warte ich mach mal ready ich guck mal ob mein freund online ist bevor jetzt die welche sagen bist du schwul nein mein kollege ich stehe nicht auf männer möchte ich auch nicht für sowas ekelhaft soll jeder machen was er will hast du die neue hacke welche neue hacke anzeigen ich glaube er meint die von lebkuchen oder nee die gibt es schon länger die gibt es schon länger vier zuschauer grüßchen raus an alle zuschauer warte mal einen moment ich guck mal wie lange ich streame ftk nico hello can you speak german ja okay damit du bescheid weiß ich bin dort am stream auf youtube nur abchecken willst der positive egal kommt ja komm scheiß auf salzige springen ich guck mal wie lange ich schon streame das interessiert mich also letztes mal als gestreamt habe ich sechs stunden gestreamt tilted ja eine stunde und 20 minuten ja warum sagst ich bescheid dass dieser pisse warum klaut hat er mir meine waffe ist er psychisch krank ich komme zu euch ich glaube ich habe mich tildet wir kommen wissen sie wohl war ich sehe ein lama oh mein gott hat er mir die ehre genommen dieser spaß die alter nein und so die von weihnacht event wo muss elf mal den gut fahrer bedanken ja ich weiß dass elf mal den fahrer bedanken muss so ein spack ohne wort mal die von weihnachten ja ich weiß er mir die ehre genommen die von weihnachten also bis ein mädchen höre jetzt ist ein mädchen oder doch sind türkischer name also ein mädchen name ja guter epic spitzen leistung alter so richtig toll gemacht da kommen wir mal die ausreden hofen kappa sein junge höre jetzt oder keine ahnung alter früher konnte man hinter dem wasser fallen ich habe einmal da gekämpft habe ganz früher wo schon noch ein noob war in ford night habe schon fast ein win geholt fünf zuschauer wenn jemand mit zocken möchte schreibt einfach ausrufe zeichen comment rein und höre jetzt hast du schon mal mit mir gezockt das ist der account von meiner mom ach so ja so geht es auch gut und ich bin ein türkischer kurde ich habe mal kurdes an auf der karte gesucht habe es aber nicht gefunden leider kappa ja moin auf einmal zwei zuschauer wie heißt du warte mal kommst du online für jetzt komm scheiße ob ich kräfte jetzt sagt ob du online kommst weil dann sind wir vier spieler das wäre weiß wer schwitzt beim kacken und klaut bei kick hast du was gegen kurden das nein habe ich nicht so schlimm ich mache nur spaß heute habe ich mit einem kurden gezockt und mit so einem araber also ne albaner die beiden kommen ein bisschen libanesisch also arabisch dann dieser eine albaner und ich haben uns haben die ganze zeit gegen diesen kurden geschossen aber er selber mitgelacht er hat sogar mit der witze gemacht ich habe nichts in kurden hey wie findest du eigentlich mein thumbnail also würde jetzt du schreib mal rein wie du es findest hast du hallo 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 du weißt warum ich frage der stummte mal dieser salz bini das ist absoluten lust fünf zuschauer grüßigen haus ich weiß es nicht sollte was ist tam naja tam naja ja woher soll ich wissen was das ist wieso fragst du mich ich gehe direkt sollte ja habe ich doch gesagt was habe ich denn gesagt du opfer alter er will mich hier korrigieren obwohl ich es richtig gesagt habe junge sagt er mir ist an der alter und weiß und und wusste noch nicht mal was das ist vor paar tagen ich meine her was meinst du und du musst dir gar nichts meinen ich hab ich hab genau thumbnail gesagt oder solch tun mal sagen so oft diese möchte gern hörte jetzt meinst du acht haben jetzt habe ich das gecheckt junge ich hab dir voll jetzt die schuld gegeben man ich dachte das ok rocket launcher ich dachte was meint der alter jungen sind mit hamster ja ich hab jetzt gecheckt ich bin da einer einer der bahnseid ab fernst weg einer wie hamster ist ein depp mein spaß erklär ich bist du noch da weil man hört gar nichts von dir habt ihr auch können nicht für mich ich hab zwei ja ok ich komm zu dir aber schnapps und bier jungen was wir aber schnapps und bier du spaß sie hat mal die schnauze ich sag nur haben sie schnapps und bier alter abook schraubb bierer allein alle kinschallallam sie sind so ein schwein wie du habe ich noch nie gesehen ey mein cousin ist so ein spaß die ne als der grad im livestream bau ich komme um 19 uhr ok also ungefähr eine halbe stunde fast sagt er mir hier aber schnapps und bier black abook schraubb bierer verhöhnt abo schraubb bierer es haben sie sind eine alec hier liegt eine blaue schall gedämpfte abo am tor abo am tor hier liegt drei dynamit für jemanden von euch guck mal so ein noob 30 euro für ein paket aus hey kommt mal zu mir guck mal was ich mit dem mache hast du gesehen ich versuche den netz zu killen ok ja mach mal sollen wir dann seinen loot stacken und ihn sterben lassen mein spaß er hat schaden bekommen er hat schaden bekommen ich mach nochmal dieser salty scheiß drauf er wird zuerst sterben hier sind äpfel butter drei zuschauer ok alle die jetzt im stream sind teilt mal den stream welch ehrenhaft ok bei mir liegt eine grüne ar wenn jemand möchte also nur empfehlen grün noch eine grüne m4 im haus ich suche gegner dann dann biete ich da rein und dann springe ich raus damit ja was wenn er vorher abspringt komm wir gehen nach fatal fields kommt ja hast du gut gemacht was wenn er jetzt den jagger findet dann nehme ich mir den als erstes hey gut sagt was für dich was was warte ich schill den kurz komm zu mir scheiß drauf lass ihn lass ihn einfach für mich der arme dafür ist jetzt auch voll gemobbt alter ich entstimm den mal damit es mit den folgen hallo warte stummenden stummenden auch gibt mir my weapon my weapon hello flugzeuger 20 erhält ich sag mir die waffe erhofft mich an es gibt so aber in meiner schule die schreien immer haben sie bist du nicht den ich im spiel in auffüllen gefunden habe bist du nicht der du heißt ich weiß nicht mehr wie du heißt auf jeden fall deine schwester die ganze zeit gesungen und so kommt wir gehen das fatal fields drei zuschauer bisschen raus teilt mal alle den stream damit die community größer wird ihr habibi er schreibt ja wie ja man voll die hässliche ist die hässlich schwingt die sich immer so voll viel komm mal zu mir bootzer bootzer hallo hier immer immer schnell den mini kommen hier das ist ein geschenk immer die granaten ich wollte gerade mitnehmen fremdschämen er redet voll nach jetzt sagt er auch er will die granaten ich will das heißt aber nicht will ich fliege ihm hinterher ich fliege ich fliege ihm hinterher die sind besser ja sie schminkt sich immer und mein vater lässt sie dann immer und mein vater klatscht sie dann immer ja auf jeden fall wäre es meist wenn wir heute die 15 likes auf dem team schon ein bisschen was einer ist wisst ihr was einer ins team rennen geschrieben hat ist so also einer war mal ich habe ihnen auffüllen gefunden das war im stream seine schwester hat die ganze gesungen ist so ja deine schwester schminkt sich auch bestimmt so herr bin also ja sie schminkt sich immer und mein vater klatscht sie dann immer hat er gerade im stream geschrieben nein alter ich gehe im pinkeln bevor ich mir gleich noch in die hose machen ja da raute war schon einer dafür spaß beim rauchen ich habe mal ihre ganze schwinke in toilette runter gespielt ehrenhaft mach mal weiter bootzeit kommen sofort ich gehe im pinkeln ja auch Das war's für heute. 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 Okay. Dann könnte ich mir, glaube ich, keine PlayStation 4 Pro leisten, ne? Mit einer Tastatur, einer Maus, Headset, ne? Könnte ich mir nicht leisten. Bald kommt mein selbst angefertigtes, ähm, wie heißt es? Mein Mauspad? Natürlich. Ich hab' ich. Ich hab' doch gesagt, Kappa. Ja, ich weiß. Ich weiß. Hallo. Mein Name ist Mustafa Al-Mani. ja, komm mal, extra jetzt für dich Hürriyet, oder, ja, ich nenne mich jetzt einfach Hürriyet, für mich bist du jetzt im Studio meine Frau, so, ich spreche jetzt wie ein Flüchtling, wie du immer alles ernst nimmst, nimmst, nicht nimmst, und es war nur Spaß, Alter, hallo, mein Name ist Mustafa Al-Huani, ich komme aus Syrien, ich mache eine Ausbildung in Deutschland, meine Arbeit macht mir sehr viel Spaß, okay, ich kann das nicht, nee, da muss ich schon aus Syrien kommen, war ein Flüchtling sein. Papa, wie heißt du, auf YouTube, ich hab dich gerade irgendwie, der, positive, im Duschland, Mauro Jäger, grüße gehen raus an dich, Mauro Jäger, wäre nice, wenn du ein Abo dalassen würdest, damit wir heute die 355 Abos erreichen, und wenn du mitzocken möchtest, ich meine, von der FA, und wenn du mitzocken möchtest, ich meine, von der FA, Ähm, na, okay, oh, schon wieder tätet? Ey, Digga, was schreibst du denn in den Stream rein? Hallo, mein Name ist Ransel, und ich mache Ausbildung als Toilettenputzer, und ich bin 50 Jahre alt, du merkst, Arsch, Arschloch, Arschloch, alles klar, sechs Zuschauer, 350 Abos sind schon erreicht, ja, ich habe aber gesagt, 355, falls mir zugehört hast, anscheinend nicht. Okay, wohin wollt ihr gehen? Main, ne? Es gibt Big Ben. Big Ben. Aber die eigentlich will nicht. Sind wir da üblich? Ach, bald. Ja, da muss ich jetzt Blue House kommen. Aber wie die Kacke hier auch immer heißt. Aber wenn nicht, dann halt. Bist du ein Asylbewerber? Nein, du vielleicht. Pump. Digga, der hat Solo-Squad gespielt. Ich habe einen Rift. Bei mir ist Gegner. Junge, schießt du nicht. Kannst du selber regeln, was ist Hüriert? Ah, ja, nein, Spaß. Junge, das ist ein Junge, nur der schreibt von seinem Mutters Handy. In meinem Stream ein. Blue Pump habe ich. So, ich komme, dir helfen. Kannst du machen, aber ich weiß nicht, ob er Pump hat. Und ich habe nur eine AR. Ja, er hat eine Pump. Chill, ich bin bei dir. Bleib, bleib. Aber das ist ein No-Hand. Das ist ein No-Hand, warte. Sag nicht, dass es ein No-Hand ist, nachher holt er dich jetzt. Habe ich doch gesagt. Ich stand vor dem Depp, mich nicht einmal getroffen. Doch einmal. Jetzt kommt ein anderer Freund. Ja, chill. Ich kann mir den... Ja, ich habe doch gesagt, ich kann mir... Chill, ey, ich habe dir auch Loot gehört. Und ich habe nichts davon genommen. Okay. Ich hoffe, du stirbst. Junge, die Schnauze, Alter. Keiner Pisser, du. Ich weiß, was du das Wort meint. Oder nee. Nachher meinte er das ernst. Schon ein Spaß, die. Oh, Junge. Yo, Alter, fällt drüge von da oben. Der ist weak. Ich habe ihn. Healst du ihn? Ja, komm, ich mache schon. Ich habe für ihn Schlürf, sag. Ich habe für ihn medkid. Oder hast du echt oder verbe... Oder nee. Ich bin mein, das ernst. Ich meine das ernst, Kappa. Geh ich, ich heal ihn schon. Geh weg, geh weg, geh weg. Achso. Ja, willst du... Oder trink dir Slurfer, dann haben wir medkid mehr. Chill von wo? Von da oben. Was heißt da oben? Nein, von hier unten. Er ist wo? Er hat drei Headshots bekommen oder so. Oh, hab ihn fast, Mann. Er hat noch zum Papier oder so gefühlt. Er hat... Er hat Floater. Hab ihn. Nein. Das ist so gut. Heal ihn doch, Alter. Was geht so? Flut. Das ist wichtiger gewesen. Nein, es ist nicht... Es ist wichtiger, ein Teammate zu healen. Jetzt geht er weg. Ich heal ihn schon alleine. Ich habe medkid für dich. Ja, okay. Heal du ihn. Ja, danke. Hey, Lul. Hä, das ist voll der Bug. Ich habe automatisch losgelassen. Mach mal die Tür zu. Ja, schreie nicht rum. Okay, hier gönnen wir einen medkid. Ich habe auch eins für mich. Mach mal Licht aus. Hey, Alter. Warte, ich komme um 19 Uhr online dann ein zu sein. Das zerstöre ich eh. Von daher. Okay, hier sind noch drei Paletten. Die gönne ich mir. Junge, was schreibst du? Das ist ein Stream rein. Nein, du Schwein. Außer dann wird sie mit E geschrieben am Ende. Opfer. Schreibe ich auch im Stream? Ah, ja, rein. Ich habe fünf Kills. WTF? Hä? Achso. Hä, wieso? Nö. Hä, wo ist das Flugzeug? Keine Ahnung. Ich fliege es auch gerade. Der, der ist... Der kann nicht fahren. Der ist gegen Main geflogen. Fahren oder fliegen? Fliegen. Fliegen. Kann ich mir nicht, ich habe keinen Blumen, ich habe 50 Leben. Ich bin safe, ich bin besser als du. Bist du nicht, Junge. Du bist einfach nur ein neunjähriges Kiddy, das große Klappe hat im Internet. Wie so ein Internet-Rambo. Okay, was, was für wir ein? Du bist ein Internet-Rambo. Der eine hat sogar deutsche Pass und er kann kein Deutsch. Ich habe auch deutsche Pass. Okay, ich habe noch ein Mad-Gate und hier ist eine Farmers-Lila. Wollt ihr die auch? Nee, ich will die nicht, ich will die nicht nehmen. Wenn ich sie gewollt hätte, dann hätte ich sie schon mitgenommen. Ich bin ein Hater. Ja, dann geh raus aus dem Stream. Ah, ich glaube Bricks wird schon loot. Zone kommt, Zone kommt. Fuck. Ich will null Schaden bekommen. Was für null Schaden? Gar kein Schaden. 235 Armonie. Geht klar. Meinst du das ernst? Ja, wenn du ein Hater bist. Junge, du sagst, du bist ein Hater. Danach. Meinst du das ernst? Also du bist auch schon ein bisschen auf deinen Kopf gefangen oder was? Wir ein bisschen schon hart. Kommt her, sollen wir mit Rift oder zu Fuß? Äh, mit Rift, aber warte. Ich gebe Ballons. Oder lass zu Fuß, wir können das schaffen. Das sind zwei Minuten, oder? Nee, das ist zu weit. Kommt, lass mit Rift vertrauen. Hier ist noch eine Chess. Noch eine lila, eine AK für jemanden. Ey, kommt mal zu mir. Ich kann damit nicht umgehen. Hallo, kommt mal zu mir. Ja. Das sind meine Granaten. Ja. Hallo, ey. Clash. Der will laufen. Der will laufen. Kommt zu uns. Sie fliegt zusammen. Ja, okay. Jetzt muss man in Richtung ihn gehen. Ich nehme die Granaten so lange mit. Ich habe Platz frei. Okay. Erhebe im Destroyer. Komm, Discord Party. Nein, ich komme jetzt nicht Discord Party, weil ich gerade im Stream bin. Wenn wir gelandet sind, Bootser, dann gib mir die Granaten. Okay, komm. Nein, wenn wir gelandet sind. Junge, ich sage doch, wenn wir gelandet sind. Da, wo ich markiert habe, lass da hingehen. Warum machst du bei anderen Kanals? Hä? Habe ich ja gar nicht. Max zockt HD Gamer und grüße ihn raus an dich. Das sind drei Flugzeuge. Sollen wir mit Flugzeuge fahren? Clash. Ja. Nö. Äh, komm, dann nach Stream. Ja, okay. Warte, warte. Chill. Chill doch. Junge, bist du behindert? Komm, ey, flieg du mal, flieg du mal, Clash. Clash. Warte, chill. Ich kann nicht. Er hat vor mir 46, ja? Was ist denn mit deinen Granaten, Carby? Ja, weil du die gedroppt hast. Er sagt, was mit meinen Granaten? Achso, ja, okay. Ich hab die doch noch. Scheiß auf, scheiß auf. Gib mir die gleich. Ey, flieg mal hierhin, flieg mal hierhin. Ich hab keinen Flugzeug mehr. Könnt hier landen, ja? Flieg weiter, flieg weiter, das Flugzeug hat. Ich muss aufsteigen. Ich hab sonst kein Leben, ich bin sonst fast tot. Ich hab Lagerfeuer. Ich hab schon Mad Kids. Ey, wieso baut der nicht? Ja, drei Gegner hier, lol. Ja, mhm, holt mich mal alle. Hab für Spacken, Alter. Jungs, was habt ihr eigentlich gemacht? Ich hab alles geregelt. Was geht? Absolut, das teuer, das hast du auf... Dinge, das hast du auf Discord geschrieben. Ja, mir geht's gut um dir. Ich hab die von oben kommen. Ja, ich geh da schnell hin, das sind schön und nicht so. Das sind drei. Einer ist davon low. Ich hab einfach fünf Kills. The fuck, Alter. Ich hab drei. Ja, null. Unten. Ah, dahinter, scheiß auf den. Schieß auf den. Hey, Digga, was machst du? Bist du lost? Bist ja... Tod. Ey, diese Prediger war auf jeden Fall am Start. Sieben Zuschauer, oder? Ne, sechs Zuschauer, okay. War nur Anzeige Back of YouTube. Grüße gehen raus an sechs Zuschauer. Der Stream hat zehn Likes. Okay, fünf Likes noch, dann haben wir unser Team für heute erreicht. Du machst Werbung, halt die Schnauze, du dummer Wichser. Spaß zu Kind. Hä, warum hab ich so schlecht geschossen, Alter? Hä, warum hab ich denn jetzt so schlecht geschossen? Das verstehe ich nicht. Hä? Ich hab einfach gar keinen Schuss getroffen. Warte mal. Aber ich mach mal andere Einzelnen. So, jetzt musst du besser klappen. Nicht mehr, dass du besser willst. So, jetzt musst du auswählen. So, jetzt musst duibst mit deinem Treibchen. So, jetzt kannst du auswählen. So, jetzt musst du in den Hohen. Kort die Präzis besser ist Ohr schön König ja gut testen Wo wie lang? Geben Schiff gehen Ja, das war doch nicht. Brauchst du eine Pam? Also Start auf jeden Fall. Also Start auf jeden Fall. Ja, der hat 20 HP, wenn man den nicht schafft, der ist dumm. So Leute, ich bin wieder da. Ja, ähm, was machst du nach Stream? Ich weiß es nicht, was ich nach Stream mache. Film gucken, pennen, was weiß ich. Man, ey, jedes Mal muss der in mein Zimmer kommen, der in mein Zimmer kommen, das regt mich auf, Alter. Allein meine kleine Scheißschwester. Und die Sniper nehmen, ey. Ich komm on. Ne, komm, bloß ich on. Geh mal, Spacko, du. So, ich brauche Loot, ne? Waffen. Waffen. Ich habe schon alles graue, ne? Nein, 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 ich war ohne Waffe. Zwei Pumptgangs und... Wo, 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 wo. Ja, ich kann ja eine mitbringen. Ich komm, ich komm, ich komm. Munition, sehr ganz geil. Hab selber kaum was. Fünf Muni. Gegner. Gegner. Bei mir, bei mir, bei mir, bei mir. Meine Verbände, meine, meine. Ich lasse mich sterben und ihr hielt mich. Okay. Ich brauche Pump Muni. Immer noch. So, komm her, Bootser. Ey, Junge, ich brauche doch die Metz. Komm. Hä? Der. Warte. Okay, komm, hiel mich. Hiel mich doch. Ey, Junge, dann nicht, Alter. Fünf Zuschauer. Grüße gehen an alle raus. Ich brauche kleine Munition unbedingt. Ob ich jetzt lustig damit? Ich brauche kleine Muni. Ich habe sehr wenig. Hallo, kleine Muni? Nimm Vorschläserfrage an. Komm, Minds of Science. Ja, habe ich gemacht. Hallo, ich brauche kleine Muni. Der. Alle stur oder so. Gerade wart ihr noch ein ganzes Märchen erzählen. Und jetzt kommt kein Muckse aus euch raus. Okay, ich gönne mir hier den ganzen Baum alleine. Ich bin kein Hater, okay? Ne, nicht okay. Spaß. Ich gehe hier zu dieser kleinen Stadt. Wer weiß, wenn ihr kommen könntet. Mir, zu mir. Ich hoffe, hier sind keine Gegner. Ich habe jetzt ein paar Muni gefunden. Ah. Kli das gar. Oder kommt besser nicht, kommt besser nicht. Besser nicht kommen. Spaß. Ich kann mir eben das Haus. Jetzt gehe ich einmal unten looten. Gucken, was im Haus ist. Okay, das ist voll das Oma-Haus hier. Hä, wo seid ihr? Ich bin hier. Bei dir. Bei mir bist du? Du bist nicht bei mir. Gegner, 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 Gegner. Oh, Leute. Bringt euch... Wo? Wo ist der Gegner ungefähr? Hier, bei mir. 2, sogar 2. Digger, ich sage, kommt zu mir. Ey, was mit euch los, Alter? Ähm, Etienne, Arifo, hallo. Hab direkt Abo da gelassen, nice. Digger, ich spiele jetzt alleine, Alter. Mit solchen Jungs kann man nicht spielen. Ich sage, kommt zu mir, die sagen, die sind bei mir, obwohl sie gar nicht bei mir sind. Ey, das regt mich so auf, ne? Wenn sie wollen, können sie nochmal nachjoinen. 12 Likes, ein Dislike. Ein Dislike ist nicht schlimm, aber... Ja, unehre. Ähm, was wurde jetzt reingeschrieben? Ey, ich hab keinen Bock, dass ich jetzt bei mir direkt die ganze Zeit lag, ne? Kommt von Hürriat Boss, äh, Laura, Wack, Leschner. Grüße gehen raus an dich. Wäre nice, wenn ihr alle ein Abo dalassen würdet, damit wir heute noch die 355 Abonnenten schaffen. Das ist heute mein Ziel gewesen. Hallo? 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 Ich bin, ich bin, ähm, ich bin Hürriat Boss. Wer bist du? Ich suche Hürriat Boss deinem Chat. Hürriat Boss bist du? Ja, ja. Mach mal streamen aus. Dieser Etienne Arif, der kommt von mir, okay, ich hab ihm gesagt, er soll am Teil. Okay, und wer ist Laura, ist Laura Wack, ist er auch von dir? Ah, nein. Okay. Ich gucke mal, wie viele Likes das Team hat. Drei Likes und haben wir heute das Ziel erreicht. Können wir uns join den nach? Warte mal, sechs Zuschauer, 12 Likes. Ja, kann ich mitzocken, Etienne Arif, ja, du kannst mitzocken. Hier, schickt mir eine Freundschaftsanfrage, schreib in den Chat Ausrufezeichen Epic. Hier, da stehen die Comments, die es alle gibt. Ey, ich hab keinen Bock, dass ich jetzt bei mir leck, ne? Okay. Ich mach mal, ja. Kannst du die Gruppe auf Öffentlich nicht machen, weil mein Freund kommt? Warte, lass erst mal, warte mal. Ja, ähm, ja gut. Wir machen erst mal ein 101 und dann kann er kommen. Ja, okay. Entschuldigung, das ist der. Volle Schülf. Hallo. Dann kann ich einfach zugucken. Ja, okay. Edi. Ey, wäre nice, wenn ihr alle ein Abo da lasst, wird noch vier Abos, sondern wir heute das Ziel erreicht. Ey, warte mal, schon muss die Info. Was? Hast du Namen, hast du Namen immer Anzeigen gemacht? Ich habe nur Team gemacht. Ey, mach mal ein Namen, mach mal ein Anzeigen. Wieso? Dann süß man, ich lasse es. Ja, das ist viel besser. Dann mach mal, was ich wollen. Okay, abnehme. Wie lange streame ich eigentlich schon? Also, der Stream, der läuft heute gut. Obwohl ich nicht jemals lange streame. Ich werde heute noch die 355 Abonnenten schaffen. Mach mal easy, Leute. Easiness. What? Ich steue noch, ich streame noch niemals drei Stunden. Ich gehe Team 3. Ja, okay, mach das. Sieben Zuschauer, was wurde reingeschrieben? Hast geile Stimme. Ja, wahrscheinlich habe ich eine Geile Stimme. Kann ich mit dir zocken? Laura Weg, Wegschinder, ja, kannst du, kannst du machen? Hier, schickt mir eine Freundschaftsanfrage. Der Nightbot schickt jetzt meinen Namen rein. Ja, was wolltest du sagen? Wissen, ich habe nur gesagt, es hätte. Neu, Zuschauer. Grüß geht raus. Spielen wir da noch ein paar Public-Gruppen. Ja, kann man machen. Wie findet ihr mein Thumbnail? Was ist das, ich frage, es ist die ganze Zeit? Dieses Bild. Guck mal, dieses Bild am Anfang. Du guckst ja, was du für ein Video gucken kannst. Und das Bild, was angezeigt. Das ist das, das ist ein Thumbnail. Ich gehe mir in ein Gebäude, ne? Oder? Ja, genau. Was ist das für eine Sniper? Repetier. Ja, genau. Mit welchen Waffen springen wir? Ey, lass uns die Heavy Shotgun aus dem Automaten nehmen. P90, okay? Heavy Shotgun und P90. Nein, lass uns die, die wir wollen, oder? Nee, ist egal, ich komme mit dir. Ey, ist das eine Dingle-Star? Ey, du hast ja eine Sniper genommen, ne? Ist das ein Repetier-Sniper? Ja. Ja, dann gib mal bitte. Weil Repetier-Sniper finde ich nie. Warte mal. Ja, komm, komm, komm nach ganz oben. Ey, Mann, warum macht meine Scheißschwester immer das Licht an und dann nie aus? Ey, so eine kleine Pisser, ne? Hä, wo bist du? Du wolltest doch ganz hoch kommen. Okay, nice. Wenn ich eine Lilane finde, ne? Dann gebe ich sie dir. Weil für dich ist das eigentlich ja egal, was du für eine hast, weil du fightst ja eh nicht mit. Ja, ich? Ja, genau, du. Oder wir können... Dann mach erst mal ihr beide eins gegen eins und danach... Danach können wir beide. Ich kann es besser früh machen, okay? Also, wer jetzt erst drei Punkte hat. Okay. Dann haben wir die Flüte gleich. Und lass danach alle eins gegen eins machen. Ja. Also, alle. Also, alle gegen alle. Ey, wer kauft die ganze Zeit beim Automaten was? Das ist echt voll auf. Mein Controller vibriert. Mich fuckt das voll ab. Nein, lass sie da liegen. Ich hole die schon ab. Okay. Okay, zwei... Lass bitte ohne Heavy Shotgun. Okay, ich sag die Regeln. Nicht runterschießen, keine Bounce Pads. Dann nicht mitten im Fight respawnen, nicht campen und kein Sprengstoff. Ohne Heavy Shotgun. Ich meine Heavy Sniper. Ja, wir schon ohne Sniper. Lass, lass mit Sniper machen, aber nicht, äh, Dingels, äh, nicht, äh, Heavy. Was? Nein, weißt du warum, Digga? Wenn du mit Sniper, zum Beispiel, wenn du da so gehst und baust und mit Sniper schießt, Digga, dann geht's kaputt. Nein, wenn du, äh, Wand und Treppe baust. Oder Bodenwand Treppe. Ja, Digga, ich, ja, aber ich brauch ein anderes Sniper. Du kannst spiel' auch mit Sniper. Ja, dann spiel' du einfach. Lass, lass wir beide dann erstmal, wie du willst, halt, äh, dann... Ich wollte in einem One-V-One mit Sniper machen, wenn ihr nebeneinander spielt. Okay. Vielleicht ist er etwas weit von mir entfernt. Ja, okay, lass ihn mal mit Sniper machen, ist ihm egal, ja. Ja, lass erstmal dann mit Shotgun, chill' mal, ich muss eben auf meinen Stream drauf, weil das reingeschrieben wurde. Ähm, man kann das verbinden, ausstellen. Warte mal, sie hat eine Freundschaftsanfrage geschickt, ne? Annehmen und... Hä, da war noch eine Freundschaftsanfrage, okay. Und noch einmal annehmen, okay. Okay, ähm... Laura, bist du noch in meinem Stream drin? Wenn ja, schreib was rein. Und du darfst halt als nächstes mitzocken. Wenn jetzt noch einer kommt und sagt, ich möchte mitzocken, also ich mit zwei Freundschaftsanfragen bekomme, ich weiß aber nicht von wem. Du wirst auf jeden Fall als erstes mitspielen. Wenn jetzt einer kommt, sagt, ich möchte mitspielen. Erst nach drei Runden. Lass erstmal mit Heavy Shotgun und mit MP90, wie du wolltest halt. Du wolltest ja so spielen. Lass, lass mithealen und fallen. Wie viel Shotgun, Moni, hast du? Ich hab was sonst hin. Schau mal, ich bin Sponch, ja, unsere Lama. Nein, wir beide. Tamam. Türke oder was? Ich? Ja. Unkursischer Türke. Ach, du bist Hyriate. Ja, ja. Hä, bist du... Bist du nicht der von... Ach so, nee, dann bist du das nicht von auffüllen. Junge, ich sag, bist du von... Bist du nicht der von auffüllen, du sagst, Ja, ich bin der von auffüllen. Alter, ich bin doch der. Hä? Du musst so den Einstellungen und da steht, äh, Werb, werbieren, ausmachen. Werb, mal Einstellung und dann, hä? Vibrieren, ausmachen. Ach so. Nee, oder? Ich lass einfach vibrieren an, scheiß auf. Digger, guck, ich hab mit deinem, äh, so, mit einem Freund, hab ich auch schon gespielt und dann, was du da drin hast. Und da kannst du, äh, streamen kann. Und wenn du reinkommst, und jetzt streamen wir. Ach so, ja, kann sein, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, Megashot, grüße gehen raus an dich. Ja, ähm, wenn du mir eine FA geschickt hast, sag Bescheid, weil ich bekomme die Benachrichtigung, Benachrichtigung, dass mir einer eine FA geschickt hat, also auf Epic. Was ist? Mach mal zweimal sterben, also mach mal bis, also zweimal, äh, dreimal ist besser, hab er geschickt, ja, ich nehm an. Wer weiß, wenn du ein Abo da lassen willst, okay, ich hab hier noch ein Lama, äh, ähm, Megashot, wär nice, wenn du ein Abo da lassen willst, damit für heute die 355 Abonnenten schaffen würden. Und, heute war mein Ziel, äh, wie heißt es, warte mal, hier ist Live-Counter. Heute war mein Ziel, die 15 Likes zu schaffen, ich hab jetzt gerade 12, wenn du Likes, dann 13. Noch drei Abos, dann haben wir mein Ziel erreicht. Ja, ich könnte anfangen. Ich komme eben nach Tilt Hill. Machen wir jetzt zwei Kills oder drei? Drei ist besser. Weil gegen, gegen, gegen den anderen mach ich ja dann auch drei Kills, dann muss er ja aufwarten, oder? Ja doch, dann musst du ja aufwarten, dann machen wir ja alle gegen alle. Warte, ich hab hier drei Geschenke. Ich guck eben, was drin ist. Nur Müll. Hä, AR, Muni? Achso, ich hab schon voll. Okay, ich hab auf jeden Fall genügend. Muni, Shotgun Muni sieht nur ein bisschen low aus, oder? Ist doch 100, 100, 100, es geht. Ja doch. Wann kann ich mitzocken? Ja, wir machen jetzt, join einfach rein, oder? Nee, ich glaub, diese Laura, die ist nicht mehr drinne. Komm, mach ihn platt, mach ihn platt. Ja, mach ich. Ja, ich glaub, die Laura ist nicht mehr drinne, dann join einfach rein. Wer hat es geschrieben? Megashot. Er hat geschrieben, wann kann ich mitzocken? Okay, es geht los, okay? Okay, Mann. Die ist gleich der vorbei. Jetzt, jetzt, komm, es geht los. Herr, was, es geht los? Wir müssen jemanden beachten. Komm. Nein, lass, lass einfach so starten. Weiß drauf so, ich mag das nicht so. Ja, einfach so ist besser. Fuck, das ist gar nicht so. Warte mal ganz kurz. Mach du ein bisschen los. Ähm. Es. Ja, aber dann lot's doch. Es geht um 46.40 los. Warum ein GameZone backbar rum? Hä? Lol. Hä? Was macht man? Liga. Hä? Das buggt grad voll rum bei mir. Das hat heiß geworden. Mein GameZone buggt voll rum. Ich hör euch voll scheiße. Okay, jetzt hör euch. Mein GameZone buggt ein bisschen rum. Ja, egal. Es ist eh nur GameZone. Eh nur GameZone. Hä? Verbaut ey, du kannst so glück, dass ich mich die ganze Zeit verbaut. Hey, was macht der da, Mann? Wann kann ich... Achso. Ey, Digga, das ist grad voll komisch bei mir. Bei mir auch, warte mal kurz. Hier mal kurz dran. Hier mal, Bries. Hallo? Da, da, da fliegt mich und... Da fliegt mich zu. Dinge, Hede. Kim, Bro. Dung, 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 Dung. Cimbo. Anne. Kurdisch ist voll komisch, ja. Anne. Sagst du gerade Anne auf Kurdisch? Anne, Telefon? Nee, Türkisch. Wie lange braucht die, Alter? Wie lange warst du Cimbo? Ich geh meine Mutter. Oha, tschüch. Er fängt vorher an, als ich. Hä, wo bist du? Hä, hast du da? Es ist höchste Teil. Oh! Oh! Oha, Junge! Mitheilen, ja, gell? Ja, wenn du willst. Hä? Hä? Was hast du genommen, Alter? Hast du gerade keine durch die Falle bekommen? Doch. Er sagt mir nur, was hast du genommen, Digga. Hey, kann man auch nur mit normalen Team spielen? Ah, wo ist das Überscheiße von so weitem, Digga. Ja, komm, mach mich noch mal noch dann. Dann noch zwei Mal noch mal. Lass mal jetzt so zusammen, Digga. Warte, komm, noch zwei Mal machen. Weil wenn du schon, äh, Anne heißt Mama und er redet türkisch. Ey, das hätte ich jetzt nicht erwartet, man. Junge, ich bin nur selber türkisch. Junge, komm doch so nah, Digga. Geben wir uns Afrika, woanders gut. Junge, dein Anne hat sich gerade voll komisch angehört, Alter. Anne, Anne. So richtig, so, keine Ahnung, voll komisch. Ja, warum geht's nicht kaputt, Alter? Dann. Lalalala, ich, ich auch, Wallah. Ich finde dieses Wallahs voll komisch. Wallah hört sich männlicher an. Geiler. Ich sag ja auch immer Wallah, ich bin ja auch Araber. Libanese und Türke. Welche? Guck mal. Krieg noch Kran? Nee. Du musst elfmal den Busfahrer bedanken, dann kriegst du sie. Ach so, ja, das mach ich noch. Oh, sorry. Das mach ich. Ich hab selber noch 150 HP. Ey, I wish. Was ist einer für dein Cousin? Was denn? Dieser, äh, einer, äh. Ja, ist der? Dieser N, N, K, H und 7 irgendwas. Ja, ja, ja. Er ist mein Cousin, genau. Ja, das ist der ganze Verbesserstag. Junge, er macht immer auf Deutschlehrer, Alter. Er und seine, was weiß ich, und seine Nazi-Sprüche, Alter. Hä? Mein Metall? Oh mein Gott, das ist fast genommen. Hm, ach weiß, ich bin, äh, nee, Obama. Ach so. Hä, was ist? Ach, ich muss eben respawnen. Nee, er hat das in Chat geschrieben. Du bist ein Arter. Boah, ich hab's lacht. Hier, extra Anzeigen. Ich hab das jetzt angezeigt, den Kommentar. Der war ja davor nicht angezeigt. War da eine Beleidigung vorgekommen ist. Arsch. Komm jetzt mal hier hin, Alter. Weißt du, wie wir machen sollen? Was? Das ist, guck. Wir machen, warte. Du brauchst ja andere Flachen. So. Ist viel geiler. Ach so, so, lass mich bearbeiten. Nein, ich. Ich, ich. Du bist ein Arsch. Es, warte, es geht. Nein, ich mach, ich mach bearbeiten. Bleib du da. Es geht um 40.15 Uhr los. Ich melde den Stream. Jetzt mach doch, Junge, als ob von einer von... Nein, nein, der Mutters muss gehen. Jetzt mach weiter. Nicht deine Lüge. Halt dich. Ich mach den, ich mach den, ich mach den Teil. Oha. Ey, nur hat deine, er hat, äh... Er hat Hanadi beteiligt. Wie in dir hab ich mir verboten. Haha, die Gari. Hä, was mach ich da? Du spielst Tastatur, ich spiel Controller. Oh. Das war Hanadi. Sieht schon, Digger. Das war's nicht viele. Ich weiß nicht. Ich bin... X-Bag. Ich bin... X-Bag. 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 Hey, hey, hey. Ich hab ein bisschen aufgelassen. Ich hab ein bisschen aufgelassen. Ich hab ein Hit gegeben. Ich hab immer die X-Bag. Ich hab ein bisschen aufgelassen. Ah, gar nicht. Wenn du denyangst aufgelassen. lalala warte mal auf und hör auf meinen namen zu sagen ehrenlose das sieht man doch im stream wie du heißt alter wenn man ruhe ganz wo bist du durch sie ich hab dich runter geschossen was mache ich da einfach nur ein headshot ich hab dich gedacht oh ja karrig jungen macht er sich mit Ich schwöre als ich nicht geheilt, ich hätte es gut. Ja. Ich habe den Schuh volles... Let's before the run, jetzt komm. Ich bin besser als du nun. Ich schwöre schon besser als du, ja. So, ich habe jetzt was wieder 3000 Mets verschwendet. Warte. Hast du das Tetschup-Game? Nein, warte, du bist mein Lieblings-Youtuber. Warte mal, sei leise, du beleidigst ihn und kack dich im Spiegel an und wissen wir, wer ehren... Halt die Fresse, Junge, er ist doch mein Cousin und ich mach Spaß. Ey, André, ist der beste dieser NU7-EKH, das ist mein Cousin. Lass ihn einfach in Ruhe, wir machen nur Spaß. Hat er mich beleidigt? Nein, nicht du. Außer, was willst du? Warte mal, wie alt bist du? Wie alt bist du? Wer? Du. 13. Mein Cousin ist auch 13. Was? Und zwölf. Zwölf. Und dein Kollege? Zwölf. Als ob ihr zwölf seid, Junge. Ihr hört euch an, die 14. Ja, Junge, wieso? Wieso? Wieso Karnacken? Rat mal, wie alt ich bin. Zwei. Nein, sei mal jetzt ehrlich. 14. 14. 14. 13. Deswegen bin ich da klein und leckern. Hör auf. Was warte. Ey, Eti jetzt redet mal, ich verstehe mich die ganze Zeit nicht, was sie ist? Ey, Junge, hör doch auf, was machst du? Bist du behindert. Wallahh, hör auf. Ich finde das nicht lustig, ne. Ja, wart. Ich hole ihn jetzt noch einmal. Du bist 20. Ja, ich bin 20, Alter, wahrscheinlich bin ich 20. ich habe ihr kein hier ist das mehr von daher das war aus der sehen das war aus der sehen egal wie wir auf das war aus der sehen ich mache doch aus der see so ein spack und ich mache das die ganze zeit aus versehen er schlägt nicht extra haben sie der alter und eine alik war spaß und er war eine pferde dann müssen wir haben die schottkart spielen ich liebe es immer wenn er so ernst ich höre ich liebe das Ich hab euch nicht gestürmt, ich hab mich gestürmt, also mein Headset gestürmt. Nein, das musst du nicht, du musst gar nichts, so ein geiler YouTuber, Laura, ja, Dankeschön. Du bist nicht 14, du bist einfach nicht 14. Ich bin 13, 13, wallah, ich bin 13, frag doch mein Cousin. Du bist 14 oder 16. Aber wie lange brauchst du dich, Digga? Ich mein, ich hab's verletzt. Geh, komm mal Karim Digga, komm mal, er schießt, ich ging mir hin. Lasta, ich komm gleich und lebe, ich lieb dich, ich mein, gelung. No, 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 hoho, no, 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 no. Jetzt schlafen, ich geh fertig, halt. Warte, guck jetzt mich an, ich hab ein Kleid, man, du süß nicht. Das ist cool, dreh dich, dreh dich, oh, ho, ho, noch mal. Also warte mal ganz kurz, du bist so ein geiler YouTuber, also Laura, Dankeschön. YouTube ist rot, Facebook ist blau, positiv ist tot. Alles klar. Nein, Andre ist der Beste, hat das geschrieben, also YouTube ist rot, Facebook ist blau, positiv ist tot. Seif ist der Beste, das ist gut. Wie, was willst du, schießt du nicht? Schießt du nicht? Gehi mal. Wie, was willst du, schießt du nicht? Gehi mal. Okay, Yalla, komm, Yalla. Du kennst. Einmal hole ich dich jetzt noch. Ich gewinne eh, ich. Junge, ich will noch 2-0. kommen wir machen das kommen wir machen jetzt noch mal die taktik so okay ja okay aber warte es geht um 32 31 55 los die warte kann es noch besser warte ja okay hey hallo warte ich muss dann eben holz fahren wieder warte dieser andere hat gesagt ne warte kann es kann es noch besser warte okay aber jetzt ich bin bereit wieder nur heavy shotgun und dingens mp 19 scheiß ich kann nicht bearbeiten auf tastatur kann ich viel schneller bearbeiten ich baue einfach viel schneller als du ich weiß es ich habe noch nicht gegen dich gespielt ja ja er so voll die ausreden dieser pisser ich bin echt nicht warte mal youtube warte mal youtube ist rot facebook positiv ist gleich blau er hat das er hat das er hat das geschrieben ja das rapper mittwoch So ein Rapper-Teil, wo ein Rapper-Dissens ist, ich will nicht sagen. Guck jetzt! Guck jetzt! Miro, zu viel vom J. Joe! Wallah, schnell ihn auseinander. Okay, 3-0 hab ich gewonnen. So, jetzt kommt der Nächste. Nein, nein! Ich hab was für... Nö, nö! Hast du Ihn Hands kassiert von ihm? Warte mal! Lass uns jetzt den Kollegen zu Ende zu sprechen. Sag jetzt nochmal, Hast du Ihn Hits kassiert? Äh, ja. deutsche HP hab ich kassiert von ihm. Also abgezogen hat der mir seit... Okay, warte nein, nein, chill. Nein, ich respawne, chill. Oder? Hat jemand für mich einen Slurpjuice oder einen Biggie, muss ich nicht respawnen. Ey, das... Das war so unnötig von dir, ne? Nein, hör auf. Ich schwöre, hör auf. Ich schwöre, du bist nicht besser als ich. Okay. Das war... Bohrmaschine war... war das... Amanas Sektor. Keine... Achso. Ich frage sie einmal, ob er mitspende. Ey, ähm, André ist der beste... Achso, ne, dieses Laura-Mädchen möchte mit zocken. Ey, Laura, bist du... Ich bin bereit. Komm, wenn wir uns sehen oder wenn wir... Guck mal, ich schlag die Räume. Warte, ich komm sofort. Einen Moment. Lass dich still. Willst du so eins gegen eins wie soft oder willst du so wie du wolltest? Einfach, einfach wenn wir uns sehen. برotend Vader-Everage. Ach so, äah. Ach, da, ca... Da hast du jetzt unnötig die gar... Egal, ich hab Kasse genommen, esbolemente der Tag. Boah, ich bin wieder da... Okay, aber... Halt von euch mal sicher nicht mehr... Hey! Hey! Karin, ich spiele nicht här devant den neuen, shotgun! Spiel nicht mit dir! многi nicht, iterate Él... Warte, komm sofort! Neue heavy shotgun mititos! Warte, ich habispolt! Neue HEAVYSHAUDKON díasто.. Neue heavy shotgun du Izzinn! So, ich bin wieder da. Ey, die ist zu stark. Ne, dann muss ich die auch haben. Stark, weil dann... Warte mal, kann ich... Maxi, ähm, warte mal. Laura wollte auch mitspielen. Laura, ähm, schreib rein, ob du da bist. Aber du kannst mir eine Freundschaftsanfrage schon mal schicken. Und warte, hier. Ist weg bei mir, chill. Ausrufezeichen Epic, schick mir eine Freundschaftsanfrage. Sag mir Bescheid, wenn du mir eine Freundschaftsanfrage geschickt hast, weil dann nehme ich deine Freundschaftsanfrage an. Double time. Okay, komm. Scheiß Albanischer. Scheiß Albanischer. Ja, ich bin da. Okay, ähm, Laura, bleib da. Wir spielen jetzt noch 15 Minuten oder so. Keine Ahnung. Dann kannst du... Dann kannst du... Laura, join schon mal rein. Join auch am besten schon mal rein, bevor einer reinkommt. Chill. Hey, es geht noch nicht los. Soll ich dich töten? Dann hast du volles Schild. Nein, nein, nein. Ich hab voll Schild. Ich kann nicht seine Ehre. Okay, Karin, nimm seine Ehre. Dann kann ich nicht bei Training sein, er ist besser. Okay, nimm seine Ehre. Es geht... Warte mal. Äh, 4... Chill. Ich hab erst seine Ehre genommen. 3-0. Es geht 24-25 los. Junge, ich mein besser als die Checkliste. Fuck, verbaut, verbaut, verbaut. Wir machen nur MP90 und die neue, äh, und halt Heavy Shotgun, ne? Ey, MP90 und nur die neue Shotgun, ne? Hä, das ist ne MP, Digga. Das ist ne normale MP. Hey, Junge, was ist los? Ich verbau mich absolut. Ich hab mir rübergefallen, aber egal, egal. Digga, warum sprintet der nicht? Ähm, es wurde eine Nachricht in Stream geschrieben, ich liess sie nach dem Fight sofort vor. Ey, 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 ey. Du willst, du willst Fight auf Abstand, gell. Tralalalala, das war so schlecht. Mir ist eigentlich egal, abschauen, nah kam es mir. Okay, ich kann nicht die Nachricht vorleben. YouTube ist rot, Facebook ist blau, äh, Legende ist ein Lauch. Ey, der kann richtige Frühstück. Nein. Er hat uns auch nicht runtergeschossen, hör auf. Hä, wo bist du? Ach, da bist du. Mach erst. Was? Ich glaube, wer ist gerichtlich. Was ist? Ich glaube, er hat verlassen. warum verlassen weil er mich verloren hat nein ich höre mich dafür ja vielleicht redet er nicht so herr du hast nicht mal getötet ich habe ihn bekommen es war es guckt man sein stream ich habe ihn bekommen ja guck mal sein stream rausgegangen ich weiß nicht was kommen wir runter von da guck mal an seinem stream ja warte warte so ich bin jetzt wieder da war meine scheiß kleine schwester diese scheiß pisserin alter wieder meine zimmer kommen musste ich bin gerade auf 180 schwere dieses mädchen bringt mich zum ausrasten ich kann nicht in die lobby da steht nur in gruppe eingeladen ich würde ich könnte dieses kind zusammenschlagen alter dieses kind regt mich gerade so offen hat so eine große fresse alter und wenn man wenn man sie dann anschreit holz rum ich würde ich könnte dieses kind jetzt gerade so zusammenschlagen ja es am besten ich sag ich gebe dir meine schere wenn du nicht mehr ins zimmer reinkommst es kommt wieder rein leise räuchelt der schnee auf die deutsche armee freut euch pussy ist tot und jetzt geht es los ich würde dieses kind gern so zusammenschlagen dieses kind regt mich so auf ich krieg ja meine kleine schwester ich kriege jeden tag mit meiner scheiß kleinen schwester ärger ich sag ich sag noch so ich wünsche mir einen kleinen bruder ja wenn ich einen kleinen bruder hätte der wäre psychisch krank bestimmt alter meine schwester schon so eine scheiß psychopathin schreit für alles rum ich gehe wohnzimmer rein sie fängt an zu schreien weil sie denkt ich mache ich mache was okay psycho andreas ich ja wahrscheinlich ja guck mal seinen kleinen bruder an nur halter volle psycho hey hör auf hör auf 19 minuten wir das match sollte da sollte mal so ein headshot geben das sieht schon so was guck mal eben wie viele was ja gleich 14 likes hat der stream ort wenn du like wenn du jetzt leicht dann habe ich mein ziel für heute erreicht 15 likes auf dem stream weißt wie wir machen wir machen so und jetzt hey hör auf hör auf jetzt du 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 brauchst warte mal warte mal ich baue hier eine wand und du schießt sie kaputt geh auf andere seite warte mal ich muss gucken was reingeschrieben wurden kommentar ich habe zwei schwestern und du willst nicht wissen wie es bei mir ist heute habe ich ein handy von meiner großen schwester fast kaputt gemacht alles klar und du du bleibst hier oben bleibst du hier oben und dann schießt du von hier oben so kaputt oder so hier an der ecke so so hier an der ecke so nein hör auf egal wann du willst echo wo schweizer h schweizer abo Ich nehm ihn grad so auseinander im Bauen, ne? Scheiß, ich muss schnell hochbauen Ha? Was mach ich? Jungs und Mädels, ich lese gleich die Nachrichten vor Ladies and Gentlemen, Karim ist grad konzentrieren Du musst alle warten, bis Karim fertig ist Dann lesen Karim ihre Nachrichten Ich bewerbe Spotlighter Fuck, Digga, ich stelle schlecht, weil ich nicht so viel gebaut Ja, 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 ja Nur ich darf die ausgehen, wenn ich so nicht Weil bei mir ist Bambus lecker Äh, was, wie viel AP hast du? Äh, wie ihr Auge macht, Wallah Äh, tschutsch, kaputt, kaputt Ey, wie viel AP hast du, du Pisser Hallo Wie viel AP hast du? Ey, was machst du? Wieso schießt du sofort weiter, es geht nochmals los Er soll friss halten, sonst komme ich mit, äh Sonst komme ich mit Baustelle Ey, wie viel AP hast du? Ich hab noch 80 Äh, 78 Tschüss, ich hab dir so wenig Leben abgezogen Du kleiner Pisser, du Du meinst, Karim? Karim, wen hat der Kümmer hin? Ich weiß es nicht, ich glaub, äh, dich Weil du hast gesagt, ja, bitte stören sie Nicht Karim Kleiner Pisser Darf ich ihn beleidigen, bitte? Nein Hey, was machst du? Und darf er mich beleidigen? Ja, okay, dann sag ihm was Aus welchem, nein, ich muss erst mal wissen, aus welchem Land er kommt Ich will sonst auf dein Land gehen, aber er muss Aus welchem Land kommst du? André Sag mal mit seinem Namen, ich finde er rot Er heißt André ist der beste 44942 Er erzählt Deutsche, ich schwör er erzählt Deutsche Ja, es ist schlimm Österreich Er kommt aus Österreich, also Aus welchem Land kommst du nicht, in welchem Land du lebst Aus welchem Land du kommst, deine Eltern, was weiß ich Die Deutschen sagen, ja Guck mal Die solch einer, zum Beispiel einer ist Spanier Ja, ich komm aus Deutschland Nur weil sie Deutschen Pass haben Die sagen, ja du kommst, die sagen zu mir Ja, du kommst, du bist so ein Deutscher Ich sag ihnen, nein, ich bin kein Deutscher Ich bin Türker und Türk und Libanese Nur weil ich einen Deutschen Pass habe, weiß das nicht, dass ich ein Deutscher bin Du Hanzir, Nigga, du kannst nicht auf Kürze Mein Gott, Doktor, du hast aber einen AIM für die Franzen Ja, ich schaffe deinen AIM für die Franzen Ja, ich schaffe deinen AIM für die Franzen Ja, komm Ja, komm, ja Hanzir Ich will jetzt auf Mutter gehen, aber bei so Spass wie André, Digga, ich muss Ja, da komm, du musst hier wieder die Wand kaputt schießen Wo, wo seid ihr? Kommst du hier mit Baustell? Warte, 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 stopp, 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 ey Ja, da machen wir das So, so Er hat geschrieben, er kommt aus Bosnien Guck, das meine ich Er lebt, er lebt in Österreich Er schreibt, äh, Bosnien waren sich erst Äh, Bosnien waren sich ernst, aber er kann, hä? Waren nicht ernst, aber er kann, hä? Ja, da komm, komm, komm hier wieder hin, mach das so kaputt Aber mach mit, mach mit's gar So, zack, 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 zack Ja, okay Warte mal Oh mein Gott, küsst, Digga André, ich will dich nicht planning, aber du musst nicht passen Ich will, ich will, aber ich muss nicht passen Yallah Ey, jetzt schießt das kaputt Yallah, bismillahirrahmanirrahim So Er macht arabische Koran Was für arabische Jungen, der Türk Seid jetzt leise, Ahmad Seid leise, ich kann sie Ich bin weg Ah, du Opferdorß, wie sich geht Oh, Karim getotzt genommen, umdorfen Er wird der Typ Oh mein Gott Ah, Digga Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Er trappt sich selber Was laberst du, du warst da drinnen, du Opfer Was laberst du, du warst da drinnen, du Opfer Er sagt, er trappt sich selber, ja alter, weil das auch geht Er sagt, er trappt sich selber, ja alter, weil das auch geht Ja, das geht das Ja, das stand vor meiner eigenen Trap sterbe, ne Ja Digga, Treppen hat doch nichts damit zu tun, als ob Wenn jemand steht Treppen ist auch nur, wenn man, egal, Digga Du hast traurig Oh Treppe Ich hab mich selber eingebaut Ja, das meine ich halt Selber getrattet Nein, du warst da drinnen, du warst da drinnen Ja, aber ich bin raus Ja, aber ich bin raus, du kommst du hast Den Augen Hä, Junge Ey, pack mal deine Scheiß Ey, nimm noch MP90 alter Junge, warum nimmt der nicht MP90 Das macht keinen Bock, ich fühle nicht mehr mit ihm, ne Ja, okay, ich hab die Ja, diese Scheiß Schallgedämpfte MP, die so Schießt und auch noch stark ist Ey, nimm die hier Ey, nimm die hier Ey, ich werd doch safe verloren, verlieren alter Ging so ein spaß, ne Ich höre doch so recht, ne Legend Ja, so ein spaß, ne Warum Ja, du bleibst Der Junge Halt die Klappe Du regst mich einfach auf Du fackst mich ab Du bist Hara-Spieler 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 Expo-Spieler sind scheiße Junge Du hast irgendwie aimbot oder so an Was gibt ihr mir für Hits Ich geb Ich geb ihn Ich geb ihn Muslimen haben kein Weihnachten Aber wenn Bayram ist Werden sie sehen Hä, wieso sehen Junge Wie zu sehen, alter Also wenn das jetzt beleidigend ist Er hat zu Weihnachten ein Sinn bekommen Es gibt Moslems, die feiern Weihnachten, ne So, die, also die machen so Geschenke wie so Wie so die Christen Feiert ihr auch Weihnachten? Oder seid ihr Moslems? Ich hab jeden Tag Weihnachten Ich hab jeden Tag 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 Feiert Seid ihr Moslems oder Christen? Ich hab jeden Tag Alhamdulillah Ich hab jeden Tag als deutscher die schwiegermutter marokkanerin ja bestimmt hat er sich auf youtube genannt jetzt als tv dir die leute nennen sich oma brigitte und so bei ebk auch oma brigitte und so nein es gibt leute die nennt sich auf youtube oma brigitte und so obwohl das muslims marokkaner okay hallo okay komm warte mein name ist edwin du er geschrieben mein name ist edwin du piech nicht p und an die und dieses türkische c komm mal komm mal mein leisten wie er piech geschrieben hat piech hat er geschrieben obwohl das mit mit warte ich sagte das geschrieben wird das wird halt pie und dann mit diesem türkischen c wird das geschrieben hier so mit dem türkischen c gerade drei vorhin waren noch vorhin waren noch acht und so heute war mein rekord spieler auseinandergenommen dieser scheiß ausländer junge ich weiß aber das habe ich nicht hä na klar junge drücken auf diesen c gedrückt gedrückt halten auf diesen c und dann wird dir das angezeigt wenn wenn du das ich hast dann er sucht ausrede er sagt ich habe dieses zähne ich wenn du die sie hast nicht hast dann schreibt mir das nur mit einem c er nimmt er nimmt er nimmt sich gerade selber hops wallah haram eigener zuschauer nimmt sie selber hops egal komm ich lass ihn bin wir morgen ihnen alle das was jetzt nicht ernst hat gesagt ne straßen reparieren mitarbeiter schlagen war mich jeden tag reparieren aber ich liebe meine arbeit mit ihr kannst du glauben aber guck mich ist ja klar alter hey 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 ruhe ruhe hier wird verdient die verkommen hier wird da ein schütter hoch und das ist immer die albana nicht auf dem zieht auf dem zieht auf dem zieht ah ah 2 2 4 4 herr junge junge ich habe gebaut ich habe gebaut ich habe gebaut ich habe gebaut okay kommt die quittin jungs die allah kommt laura bist du noch im stream dann schreibt mal ein jahr warte mein cousin ist gerade live er kommt weil ich ehre mann bin ich schicke von mein cousin den link rein einmal link kopieren so ich schicke es von mein cousin den link rein von seinen livestream okay laura warte mal laura wie heißt du auf epic end schreibt mal eben rein vor weil mein cousin in seinen livestream ein gehst oder ob du überhaupt auch reingehst also mädchen kannst du glauben guck mich schießt an mit denen ist dieser etienne reit voller spacko alter durch haben sie aber auf jeden fall legend der schlecht kann man so sagen ich habe ich habe voll auf hallo grube cornet 177 okay es kommt ein girl rein ach so ich hatte nicht auf öffentlich auf offensichtlich jungs und mädels kann ich ja meine skins zeigen hallo laura ja du bist doch kein mädchen junge junge hallo das ist doch kein mädchen guck mal er macht das kann ich auch alter hallo hallo laura du bist richtig leise man ich höre dich gar nicht laura ich höre ich gar nicht zu leise hier so meine skins hier im stream okay laura ja du hörst dich null an wie ein mädchen zu ernsthaften mädchen ich gucke euch wie likes jetzt das jemand ja 15 15 likes ab dass du ihm ein dislike geht mit like dislike verhältnis 352 abonnenten aber ich möchte heute die 355 erreichen ja was ist das digga was das ey was das ich stimme jetzt schon drei stunden das ist ein mädchen er beleidigt nicht xbox und gibt stelle von dein vater er beleidige nicht x junge xbox ist kaka mit pipi und was weiß ich ich mag kein xbox warte mal ich muss furzen solch mein headset furzen 40 minuten entfernt von dortmund sagen wir mal so hä ist doch nicht weit 40 minuten von dortmund wohnen zu den kurdistan spaß wo münchen ich war schon mal in münchen als wir in die türkei gefahren oh ja wieso geht es auch wenn das haus rein shop ein oh mein gott herr we ist das ach ach das bist du ja ach deine cousine hat gezockt man hört gar nichts von grube konnet ja bitte herr was denn ja bitte sag mal ist hier sind gegner im haus hier hier habe ich oh mein gott hast du gesehen wie ich ihn geholt hat ich brauche shotgun money warte mal wer warte mal wer will den mini haben warte mal ich muss ihm den geben er hat weniger hp das ist sonst unfair stehst du warte mal anzeigen ob wenn du xbox scheiße ist dann machen wir auch noch nicht rasiert ich mit xbox ja okay aber ich bin jetzt erst mal noch ein paar runden mit den zwei bekloppten jungs und mit laura aber ihr seid von lach gekennt ihr euch überhaupt nur wieder ihr beiden schon baut die immer lilano nein milano ne kenne ich digga ey bestimmt ey du musst lauter sprechen ich höre dich kaum alter secret milano sieg nein aber in fünf tagen yo fünf tage was mit glühlos alter kommt gegner bei ihm der kommt jetzt hier hoch oh mein gott oh mein gott ja blut 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 meistens hat schnitt mein regt mich auch voll auf alter kennst du diese mädchen die fühlen sich richtig hübs und die haben so voll die edding augenbraue bin in reise ach du bist urlaub er sagt in reise weg schreibt doch urlaub er schreibt er schreibt auch wie so ein deutscher guck mal ist ja nicht schlimm so dass er deutscher ist ne aber warum sagt er dass er bosnian ist welcher dieser andere ist der beste der gemobbt wurde du chero ey der sagt er ist bosnian die bosnia sind eh die größten kanacken und er schreibt er macht sich bestimmt richtig kaputt er zu lachsmiley gemacht ich bin kein deutscher ich glaubte irgendwie nicht kummer ich war mit meinem kurs in kino wir hatten so ein riesen eimer popcorn ich hab den auf seinen kopf getan er hat den nach hinten geschmissen gegen die frau alter oder diese frau die lacht die ganze zeit so ich lache so die ganze zeit so richtig laut so er lacht sich so voll kaputt lol er ist nur ach scheiße ich hab schon gesagt ich wollte sagen ich wollte ich wollte sagen ey nur was soll ich sagen wo so ach da hinten drinnen ja am anderen einer hat ein 40er hit von mir ja hier unten sind die jungs kommt schnell seid ihr da so wie hat der popschot nicht gekündigt ich bin kein deutscher bin österreicher und meine sprache ist bosnisch er sagt bin österreicher du bist bosnien das ist doch scheiße hä wie hat die noch eine überlebt hä wieso hä nein erstmal wollte er sich psv holen hat er gesagt ne ich will doch keine voll der komische ja es gibt so ein mädchen sie ist syria also auch flüchtling oder witz was für witz auf jeden fall er ist bosnia ja er ist auch bosnia du bist kein österreicher nur du lebst in österreich der fall ist jetzt eine richtige männerstimme ne immer wenn ich sie sehe ich sage ey du mann sie so ey du kaka so sie weiß ich was ich sagen soll weil sie kein deutsch kann aber es jetzt richtige männerstimme ne tiefer als meine stimme hat sie dir vor gegeben ach du scheiße so ein mann ich rede österreich österreichisch und bin bosnisch junge du bist bosnia aber du lebst in österreich ich reg das mich regt das auf zum beispiel leute die diesen spanier sagen ich bin deutscher und meine eltern in spanier piercing piercing gibt sie dir alles schwör ich weiß ich weiß ich weiß ganz genau worauf den hä was meinst du alter die schnauze hier ist ein galaxy skin oder die blake leute er sagt so ich habe zwei blaue rs wo ist er von hinten von hinten hallo hol ihn hol ihn das blöd das blöd das blöd nein was hast du gemacht du was max ist boya meyer wer grüße gehen raus an dich wäre nice wenn du ein abo da lassen würdest damit heute die 355 abos haben erreichen der junge kommt doch du bist geburt hallo junge wir sterben weil wir nicht mehr genug hp haben ja ich sterbe egal ich rede bostig und lebe in wien ja genau so super meyer high sterbe weil ich zu wenig hp so ein opfer ne er looted er looted einfach lächerlich 30k amk single shots sagt mir mit wem willst du krieg am telefon rumscheinen so aber warte auf den tag will sie beide und sehen ich schicke dich schlafen habe mit konto auf leber und hakt auf schläfen da unten dachtest du wirklich so baster schießwelle und ich werde dir einfach vergehen lele in der hutte schon andere weiß was er mit dreh meint regeln im zentrum drin 6 zuschauer grüße gehen das sind zwei leute ok zwei abonnenten noch dann haben wir mein ziel erreicht 250 abonnenten 355 abonnenten wollte heute erreichen schießt man mit der neuen shotgun junge ich habe zwei likes von meiner familie alter und zwei abonnenten also heulig rum leute maxi abo gemacht digga er soll stille bude kommen dann reden wir stille bude ist doch verbar war sie du sagst du hast abonniert ich habe gerade geguckt dort der abonniert wieder die gedrückt trinkt doch deinen scheiß mini jalla toto toto tot finde ich finde ich finde ich finde ich ehrenhaft und der an und der andere der ist nicht gut der ist gut der ist gut guck sage ich doch der scheiße ja ok jetzt hast du wieder abonniert wo ich gesagt habe auf der abonnierten von mir aus dislike den stream der abonniert nicht aber lüge einfach nicht du sagst du hast abonniert okay du hast danach hast du wieder der abonniert ich hab mal ein teil der auftritt ist nur ein hundescheiß wert nein von mir aus kann sich disliken und deabonnieren mir ist das egal nur hör auf einfach zu lieben warte ich spule im stream zurück so warte so warte von mir aus ich hab mir gesagt ich hab mir gesagt du hast abonniert ok du hast danach hast du wieder der abonniert junger was hat daran gereimt alter ok er hat geschrieben entschuldigung ja super maria ist mir eigentlich egal ob die abonniert hast nur hör auf einfach zu leben habe wieder aber ja von mir aus der abonniere mich das bleibt nicht nur lüge einfach nicht einfach nein er sollte von mir aus der abonniere mich das disliken aber einfach nicht lügen hey hallo bist du blöd du sagst deinem ist los junge du bist gerade los du stehst los drum guck mal 66 kids 6 zuschauer ja hol rum wie ja hol rum junge digger guck mal dein ping mein ping er ist doch voll ok 40 das ist einfach nur scheiß dass man lügt dislikte mich der wo nämlich juckt mich nicht so gut ne aber einfach nicht lügen jalla ist jetzt egal die tarnung von der black scar also von der schallgedämmten scar haben sie dinge zu aus black ops 2 geklaut die sollen discord kommen sagt dass ihnen er hat gesagt ihr sollt discord kommen wollt ihr meinen discord server join hier weiß wie du meinen discord server joins gehen mein live stream schreibt in den chat rein ausrufe zeichen discord und man muss auf diesen link drücken egal handy pc scheiß drauf einfach nur um meinem live stream ausrufe zeichen discord schreiben und dann ist ein link ein dieser andere ist der beste der die ganze gemobbt wurde er kommt gleich hat er gesagt ok super maya hat schon gemacht aus würde ich sag mal so alle die meinen discord server rein join auch die möchte ich von youtube kennen bekommen sofort einen rang bleib einfach ein bisschen aktiv so bisschen trinkt sofort die mini alle in party ja das konzert wird reingeschickt ich gehe mal eben in meinen discord server rein was abgeben ok was geht es ja dann geht ihr beide einfach in die entweder in die duo 1 sprach chat rein oder squad 1 bin ich aktiv ja du bist jetzt nicht aktiv finde ich finde ich egal scheiß drauf sechs kills krank ja andré du bist jetzt nicht so aktiv ne aber du kannst es ja ändern indem du aktiv wirst sieben zuschauer grüße gehen raus an alle gönnt mir alle ein abo damit ich heute mein ziel erreiche den ich dass ich erreichen wollte der positiver ist auf youtube und komme ein hat schon ausgesellschaft reingeschickt guck mal das nightboard und dann steht da joint alle meinen neuen discord ich habe selber vergessen ja ich bin auch über handy auf discord ich muss mal eben was ändern über meinen nightboard ja wenn ihr wenn ihr das ist unter euch aneinander klärt aber beleidet euch nicht jetzt zu übelst na so du oder so du soll ich auch eben das gott gehen damit ich das alles mithören kann oder wir spielen eine runde und er hört das dann eh von daher warte aber ich muss eben bei meinem nightboard was einstellen ganz kurz doch geh schon mal geh schon mal discord geht ins gott 1 rein nein geht ins gott 1 rein weil ins gott 1 können vier leute rein alle meinen neuen discord ich gebe dir sofort einen rang ok ich gebe dir jetzt einen rang ich bin drin ok ich gebe dir jetzt einen rang wie kann ich sehen was ihr schreibt nee die er jan boss heißt du ok kriegst jetzt einen rang ok du hast jetzt einen rang so kommt ins gott 1 rein jalla warte jalla kommt kommt ins gott 1 rein oder ja kommt es gut ja was ist ok das war ja nichts bei dir ok er ist drinnen ins gott 1 kommen rein jalla ich bin jetzt drinnen das scheiße und die hören das auch im stream doppelt das scheiße ja was ist hallo kannst sprechen ja nicht du nicht du das feuer dieser legend discord kann man auch ohne runterladen nutzen auf laptop nutze ich das ohne heruntergeladen einfach google bist du jetzt drin ja ok dann kommen rein dann kommen ins gott 1 rein ja ist schon warte schreibt ausrufezeichen discord rein dann könnte das regeln 10 zuschauer grüße gehen raus an alle 10 zuschauer lasst alle ein abo da damit wir heute die 355 abonnenten knacken wenn ihr mich supporten wollt weil support ist kein mord ist halt kein cent dafür mich zu abonnieren warte mal warte mal jetzt sagt noch mal warte mal ich stumme dich auf in fordneid so ok jalla jetzt regelt das legend drückt mal ich krieg dich und dann wir spielen eine runde in der zeit ja weil wir jetzt eine runde spielen ach so ich hab dich gekickt aus versehen scheiße kommen wieder rein warte ist teuer er hört dich nicht warte mal wie heißt jetzt der andere er macht mal den stream aus hallo hallo wer bist du warte mal wer bist du jetzt ich kann ich hör dich ich bin blubeser netz von wem ach so ich hör dich auch destroyer destroy ich hör dich vom live ok ich geh da raus sonst eskaliert das hier alles noch jungs ciao das war aus versehen ich wollte hier den deinen kollegen kicken warte mal her wie komme ich jetzt hier raus aus diesem scheiß discord ich mache einfach so verbindung trennen habe ich gemacht ok so kommt alle bereit drücken und lichten profis du musst vielleicht gleich raus weil ein anderer der war gerade drinnen und da muss mit einem aus dem discord was klären ja der ist junger dein kollege der ist behindert der ist auf stress alter bei monoren gerade war der auch schon auf drogen oder was weiß ich bestimmt baut der immer scheiße ne kannst du mich grüßen ja habe ich doch hier habe ich doch gesagt zeit warte ich hole mir eben wasser jungs ich komme sofort und die anderen hören das jetzt nicht ich sagte ihnen das eben ja ne ich hole mir eben was zu trinken damit ihr nicht die ganze seit karim karim ich komme sofort während Ich bin der Räuel. Ich bin der Räuel. Ich bin der Räuel. so ich bin wieder da grüße gehen an neun zuschauer raus ich trinke eben was so dursten ich habe jetzt seit vier stunden oder so nichts mehr getrunken wohin wollt ihr gehen main main games und legt ja dieser pisser hat meine waffe nein okay hier ist eine blaue ak der das ist so scheiße mit dem finischen ja ich werde ich werde so oft gefinisht ich habe auch schon eingeholt okay ja morgen vier zuschauern rausgegangen ehre geht an den vier zuschauern aus ja bei mir ist das so da kommen leute rein gehen wieder raus was weiß ich guck mal wenn ich jetzt 1000 abos hätte die würden eiskalt drin bleiben würden würden stunden lang auf mich warten oder dass die mit zocken können und so ich könnte sogar schwören du musst dich lauter stellen ich höre dich kaum mein freund mein freund so äh komm mal bei so nem youtuber vorbei ich so ja ok ich bin reich und dann er so ja mit dem können wir auch stoff mit dem tscher ja ok mein Gott äh digga das leckt hier war irgendwas lilans hier oben ja lila in der akka äh gib mal ich spiel gerne im akka ey warum leckt es jetzt bei mir ping regelt sich wieder unter das regt auf komm mein ping kann gerne auf 80 sein oder so ne aber der soll nicht über 100 gehen ey ich komme wo denn er hat fitte weil er ein gut trooper heißt hat heißt es nicht dass er gut ist wieder ok ja ok nein andere hat geschrieben alles wieder ok hä guck mal siehst du das lag bei mir das ist das problem ah scheiße scheiße guck mal hast du seinen aim gesehen sein aim hey junge ich bin ab lost maximal sogar der ist gut hol ihn dir hol ihn dir wo ist er komm da oben ist er wieder äh digga karim was beleidigst du und redest hinter meinem rücken erjan boss hä was wieso rede ich hinter deinem rücken was laberst du digga hä außerdem wer bist du erjan bist du nicht der von auffüllen hä was wir hinter deinem rücken reden was laberst du für bullshit digga ich hab keine meds kannst du mir geben ich hab ich kann nix bauen ah fuck ja ich seid da ich wollte mich nicht oh mein gott mach auf ah du blockierst du blockierst hä hä was hat er gemacht digga erjan was mit dir los alter was hinter deinem rücken reden ich hab hier hinter keinem rücken geredet sagt er mir hinter ihr rücken reden alter wo bist du alter bis hier bei läster schau falscher live stream digga er ist von discord erjan boss ach so stimmt du bist das hä was wir hinter deinem rücken reden digga ist der behindert wenn er wieder rein will soll er bescheid sagen ne weil da muss dieser lichten no profis rein ja rausgehen weil er ist ja kein abonnent ok der stream hat 15 likes niceness 353 abos lass mich mal im lobby ok lichten no profis ein abonnent fiel wieder rein der war ja grad im discord hat was mit einem anderen abonnenten geregelt wär nice wenn du raus gehst bei uns muss ich dich kicken ok er versteht nicht ok er heißt sl wo ist das ss 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 warte ich hab ihn gestummt hallo digga was hinter deinem rücken reden was war was du schau mal warte ich komm gleich chill warte ok ähm atti du musst dich ready machen was ja mach ich sag mal kurz heißt es sind nirgendwern gestoppt ne und ich bin der Scott gegangen auf einmal ich hab weitergemacht und meinmal hast du gesagt du hast du gesagt du hast xtrem gesagt digga der ist voll behindert und so da hast du gesagt davor bei 1 gegen 1 hat er war da auch auf ihn was das hat er genommen so junge gibt es halt nicht so ernstiger hey warte mal warte mal ach so ja ne weiß ich das gesagt hat dein kollege hat gesagt das ist so ein kindergartendreck und sonne da habe ich gesagt ja das ist halt und so ich halte mich da raus und so dahin bei 1 warte und dann halt habe ich gesagt ja bei dem 1 1 war ja auch schon so behindert und so so besoffen warst du auch beim 111 nicht deswegen oder was irgendwie die ganze ein bisschen behindert oder so was denn oh mein gott was denn was hat er denn für mich bezahle ich habe nur so gedacht weil ich habe nicht alles mitbekommen deshalb ich war so in den skaten ich habe mit ihm so geklärt mit diesem eintritt also sagt wo ich doch so gesagt habe er ist ein gentleman macht und so dann hast du irgendwas gesagt da hast du gesagt ja er hat die bis und so geben da habe ich ihn angeht beleidigt und das hat er halt gesagt ich kann mich nicht daran erinnern ich muss zu spüren das ist alles durcheinander die geschäftspreise kein lust mehr scheiß jetzt auf diesen beef junge du wolltest unbedingt diesen kack beef mit diesen zehnjährigen jungen anfangen nein er hat die waffe bekommen der pisser hier sind bis er hat mir die geklaut der bisserl ja wie so ein besoffen habe ich mich gerade angehört wie so einer mit bierbauch wenn wir eins und eins macht dann kommt es grau bekommen jetzt kannst du durchziehen 321 ich brauche eine waffe ich brauche eine waffe warte ich hab schon ich hab schon ich hab schon ich hab schon okay er ist ich ich und zu dir 1 ich habe ein stund nein ich bin ich bin ich bin einer so hier ich habe ich gesehen wegen diesem scheiß busch digger nein er finde ich er bin ich bin neun guck er ist zehn neun jahre genau sauber finde ich ja man ich guck mal im live-team-chat der guck mal den ping die sollen discord kommen sagt dass ihn ja er hat gesagt ja er hat gesagt wir haben ja jetzt gesehen was hat er jetzt gesagt er ich habe gesagt du kannst gut rappen und rein ich habe gesagt nur safe von internet ja hat er auch safe junger denkst du hast gesagt soll ich ihm leidigen habe ich gesagt nein du hast erst mal gesagt solche mir leidigen und so habe ich gesagt nein so als die solche in scott beleidigen habe ich gesagt ne macht nicht über aus dem disco server ja genau aus dem disco server gehe ich jetzt raus also war ja also beleidigend wenn ich gesagt habe er hat diesen spruch aus internet er beleidigt ist doch nicht er sagt doch nicht zu dir du spassion so du hast das aus internet bis voll das opfer er hat gesagt er hat gesagt du hast safe aus internet meiner meinung nach habe ich habe ja auch gesagt du hast safe aus internet sondern hätte ich dich ja auf jeden fall diese texte die er im stream reingeschrieben hat hat sich auf jeden fall krass gereimt aber ich denke nicht erdingen zahl grube cornet bruch einen verband und soldat auch dann gibt ihn dass du den nützer et ich habe es nicht vom internet der das glaube ich dir nicht gemacht bis neun jahre alt ja vielleicht hat der auch nicht so vielleicht stimmt das aber ich glaube sogar das aus internet hat so ist ja die schlimmen aus internet ich glaube immer noch aus internet ich bin fest an meiner meinung vor allen dingen auch mit neun jahren es hat nicht so einfach zu tun doch schon ein bisschen aber doch schon ey cornet denkst du er hat er hat den ganzen die sprüche von internet nicht wegen den internet von freund aggert die von freund und der freund hat die safe ja guck also also hast du das sozusagen in anführungsstriche auch vom internet das habe ich jetzt nicht gesagt nein das war ein anderer mit der abonniert das war ein ganz anderer ja genau das ist ja das gleiche er hat ja nicht vom internet also sozusagen schon wenn es ja sein freund der cornet bruch pump moni hat nur drei andere rief pack mal dein freund von wo er diese sprüche hat fragt immer grube dinge sag geht zu et er hat 30 pappen und er gibt dir jetzt 14 das reicht vollkommen aus man hört dich kaum du bist leise es war ja ich weiß et welches level bist du also und du grobe welches level bist du also nicht battle pass normales level also er hat geschrieben also andere hat es andere sein freund hat es von einem freund also von einem anderen freund ja und und der freund hat sei von internet weil sie weil diese ganzen freunde von den sind so safe zwischen acht und zehn jahren in dem rahmen aber aber glaub mir er hat es uns geteilt nice man kann dich snipen ne snipe schießt auf den anderen genau noch ein 44er hit hey push die zusammen push die zusammen push die zusammen schieß schieß genau sauber sauber grube piep 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 du warst zu lang draußen mit wenig hp wir sind noch mehr und der freund hat es von einem youtuber also von andres freund der freund hat es von einem youtuber also aus dem internet guck ich sag doch die amt vom internet egal et holt dir dieser der schwitzer oh et boot et du schwitzer digga warte muss feuer machen okay hä feuer mit neun jahre machen digga schlafen ich muss jetzt feuer machen und wenn 13 ich will zuschauer zwei zuschauer belassen er und ich sind die zuschauer muss weinen ok ich habe jetzt die einzige hacke hast du ja die ist so krass erst mal alle gleiche skins spielen jungs welche skins habt ihr ich habe nichts jungs seid mal leise ich wurde verflucht die ganze zeit sechstiger haram haram warte mal ganz kurz ich muss oha ich muss doch voll viele aufgaben machen von diese von 14 tage fort ne tanze vor verschieden alle sind Bummer Festtagsbanger mach die nicht mach die nicht alle sind Bummer oder durch suche am wasser gelegene gänse was weiß ich ich muss auf jeden fall noch woche vier machen habe ich gar nicht gemacht ich muss noch phase 2 zerstöre holzherrne storm storm masten was ist das er hat geschrieben karin bei uns ist kalt habt ihr keine heizung phase 1 suche im westen von pleasant park nach dem buchstaben o zünder feuerwerk zwei stück noch eliminiere gegner bei expeditions aus posten einen noch ok ja welches kind sollen wir denn alle nehmen lehrerin 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 ich hab nicht zu viele zeig mal alle deine skins die du hast ja ok warte zeig mal alle deine skins den warte nein warte lass weitergucken lass weitergucken ja komm weiter mach zeig deine skins konne eh die machen alle gleiche skins zeig mal weiter deine skins weiter weiter den habe ich nicht ich hab den einfach nicht willkommen soll man wolf nehmen kommen wir nehmen wollen ich hab wolfe hä wieso ich hab wolfe glaube ich schon voll ne oder warte ich muss mal gucken ich hab ihn glaube ich schon voll oder ja ich hab ihn voll ich hab wohl voll aber ich will hier guckt damit ihr mir glaubt und nicht einer sagt was laberst du hast gar nicht voll voll hier aber ihr wolf letzte stufe ne ich spiel weiß mit diesem gelben ja dann lass alle so ein weihnachtsskin nehmen weihnachtsskin was für weihnachtsskin irgendein weihnachtsskin oder der so ja ja grube konnet zeig mal alle deine skins ähm halli jan hä halli wieso machst du epic ich habe auch wolf in letzter stufe ja ich hab den heute freigeschalt in letzter stufe ne das ist doch kein weihnachtsskin das ist halloween nein warte ich komme aber mein freund hat gesagt er kommt ja dann nimm einfach rotkäppchen oder eins kinder rotkäppchen ja okay kommt alle rotkäppchen warte mal wo ist rotkäppchen ich muss sie suchen hä ok da nimm du rotkäppchen mit eisflügel eisflügel hast du schwarz hast du schwarze ritter et hast du schwarze ritter ja mein freund hat gesagt er will kommen will einer von euch rausgehen oder cornet will zu rausgehen mit freunden spielen ja ist egal ja sag ja sag kann ich nicht schließen wenn er jetzt rausgeht digga weil mein freund will ich mir streamst du bis zum stream hä digga die logik side ja wer wird vor allem rausgehen ne ich geh raus ne ich geh raus ja ich geh raus nein nein ich spiel noch die runde ich spiel noch die runde oder wir sagen so du spielst jetzt noch die runde halli du spielst jetzt paar solo runden oder wir machen so kommen wir spielen zwei runden halli werden dich in der zeit auch weil wenn du nicht aufgewärmt ist bist du eh scheiße wer mein freund ich bin auch scheiße wenn ich dich aufgewärmt bin halli wir spielen ich geh kurz ins trinken ja ok macht mal alle ready ok haben schon wurden nicht angeschaltet ich bin schon ja halli das aber jetzt scheiße wenn das mädchen jetzt raus muss also diese connet das ist diese laura da weil das sind scheiße dann lass noch zwei runden spielen und dann ja geht sie raus oder die ab einer von den beiden jungs boah digga was das was das tschüss tschüss stream jetzt extra nur für dich für dich für dich bis zum shop ne mach ich niemals x2 ja ja oh digga das ist ja immer noch das rauschen bei deinem kollegen bei dem bei ich bin mir in einen anderen stream gegangen aus versehen ich habe ihn gestoppt hey legend ich stumm dich weil dein headset draus richtig wer hat gesagt für mich nein 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 ich hab noch ein leben ich hab noch eine familie ich hab noch freunde einer hat mir halt ins warte legend ja dann hätte das gras richtig gerauscht aber so 82 abkommar heute hatte ich ja noch 346 abonnenten ich habe jetzt 353 mein ziel ist bis heute 355 also es war mein ziel noch zwei abos heute war es ja auch mein ziel stream bautiger wie ich spreche grad sie ist sie was weiß ich hatte heute war es ja mein ziel im stream 15 leicht zu schaffen und ich habe halt geschafft mein leben ist tot keine freunde deine familie interessiert sich nicht für dich halt die schnauze seit du bastard alte hundesohn seit hundesohn ja ich habe mir von meinem kanal ausgeblendet ich löschen jetzt auch von mein freund das ist wenn ich ihn finde ich habe ihn als hundesohn beleidigt er sagt er sagt deine familie interessiert sich ähnlich würde ich schon so er soll die schnauze weil er mein sohn ist ja weiß wer dein vater ist seit der weiß über wer dein vater die spiele hat mit deinem vater spiel grad mit deinem vater und du bist so fräckig was hast du denn ich gib dir haußerres sehr nah spaß sie wer ist das ja sei boh und so wallah der gleich immer abgefuckt ich hab mir gedacht scheiß auf ich spiele es einfach mit ihm und so wallah ich sag dass ich wenn jemand mich so abfacken also mich so aufregt also so soll ich wie das einer nervt mich richtig dann sage ich ein jungen haben auch zu nerven und sowas weiß ich sehe ich er sagt deine familie interessiert sich nicht für dich und was bist du für ein elendiger hundesohn bestimmt ist das selber so bei dir alter spaß die kind spaß die geburt alter krippel geburt guck mal so ein spaß die ne guck mal erst neunte klasse seine eltern erlauben ihnen nur in ferien zu spielen so ein spaß die ne weil deine eltern interessieren sich kaum für dich die sagen nur du darfst in ferien spielen spaß die alte dieser zeit der darf nur in ferien spielen und ist neunte klasse wir ehrenlos alter er soll nicht scheiße reden junge er ist einfach ein spaß die bestimmt lebt der adoptiv familie warte mal bin wieder wieder da du huren sohn hand fahren du bist auch ein elendiger hundesohn alter inschallah das ist ein hand fahren da das ist glaube ich dieser zeit oder ich weiß ich habe fahren oder warte mal guck mal was dieser hand fahren für videos hat dieser opfer manchmal den link reinschicken ich schick mal jetzt eben von diesem hand fand den link rein nein da ist so ein schwarzer wie ehrenlos als erwarte hier kürze mutter schwarzen und in den mund bekommen wieder von wem von mir ich wusste diese antwort gibt warte mal wo ist jetzt mein kollege warte mal ich habe jetzt den link eigentlich geben auf diesen link drauf und dann guck dir das video an dieser zeit auf heißt auf warte mal gehen wir jetzt darauf kannst du mich erden habt gerade abonniert ich hätte keine wer denn der der gerade gesagt hat keiner interessiert sich für deine familie ja zeit heißt er sei oder so dingen zwei inschallah 11 zuschauer ok wenn wir jetzt noch ein zuschauer bekommen ist das für heute der rekord auf jeden fall wenn ihr ehren wenn ihr ehrenmänner seid abonniert mich mal bald noch zwei abonnenten für mir dann habe ich heute mein ziel erreicht ich wollte heute 300 355 abonnenten schaffen ich habe jetzt 53 nein das ist von dieser hand fand der gesagt hat irgendwas mit hurensohn heiße epic junge du schickst mir eine hier herr halli du bist freundschaftsanfrage du musst annehmen ich habe dir eine geschickt über playstation warte mal halli ich habe dir eine freundschaftsanfrage geschickt schon lange seit monaten oder so aber irgendwie bist du nicht irgendwie bist du nur bei mir auf epic spaß der alters zeit erst mal erst mal wollte es zeigt jeden tag mit mir spielen jetzt auf einmal beleidigt er mich mal wie sich menschen verändern können inschallah die werden sehen bei mir auch was junger weiß was ich gemacht habe er ist erst mir so oft erst mir so oft nach gesorgt habe gesagt er junge kommen wir doch nicht nach ich will damit mein freund spielen listen das nach wenn ich zu ihm können wir zocken aber immer wenn wenn er ins team reinkommen ist ich habe mir gedacht und nein nicht weil er mich jetzt vielleicht hat was ich so gedacht was ein huren sonst zeit ich mache das jetzt extra anzeigen den kommentar von hecke jeder bleibt zeit hecke hecke du ehrenmann ich küss seine leute geht man auf das video drauf gibt mal ein dislike auf dieses dreckiges video und schreibt und schreibt du hund schreibt du hund ok hey seid ihr seid so komisch ne ich küsse deinen nacken ja hecke ich stein auch ich dich auch ja moin ey wallah ihr weiter ihr seid ihr seid psychisch komm nicht sein hey halli 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 mach mal bitte sie muss sie die ganze zeit sagen im stream ja die nehmen zeit auseinander ich hab gemacht guck, seid so nicht ge**t guck, siehst du hey wallah ihr beide seid behindert aber lach gegen warum behindert? ihr seid irgendwie behindert ich weiß wieso guck, seid so für mich getanzt guck so guck so spass du brüder spass halli guck mal was ich die ganze zeit machen und drückt mir hier beide Kopf fast 47 ja junge du sagst auch jeden tag locker zehn stunden ich schreibe jetzt ausrufezeichen comment rein da stehen meine ganzen comments nur wenn du meinem disco server join willst du kriegst sofort ein rang also alle die reinsteuerung auch die ich nicht auch die nicht meine abonnenten sind und die ich kenne bekommen sofort ein rang da siehst du meine comments aus solchen epic discord mod youtube und ja schreibt man aus warte ich schreibe aus solchen discord rein weil ich habe da ein rechter fehler ja jeder der meinen dass gott server kommt kommt ein ran auch der mich nicht kennenzulernen kann im geister freund halli halli ja er hat schon diese spitze die in meiner hand ist ja ich habe ja insta schreibe ich gemein warte da hat ein lukas was reingeschrieben bis voll kriegt lukas sauer ja du auch für den kommentar schreibt jetzt mein ins da rein dann sind wir eins gut aus dem namen machen alle sind wüscher tanz für euch zeigt seine mutter ok alle sind wüscher tanz hey wallah halli die sind behindert die weinen ey geschrien mir ding welche araber ne guck mal hat ich bedankt ich guck da ist so ein araber digga ich habe geschrieben dass er ein hund ist und habe gedislykt nur für dich kuss auf deinen kuss auf deinen nacken nacken wird aber mit ck geschrieben damit du das nächstes mal nicht falsch junger weiß junger wäscher tanz für seit hier ok ich will zuschauer käsin oder der stream läuft heute voll guten mauer last aber auch voll spaß gerade in diesem stream zwei stunden ihr seid fast ganze stream dabei manchmal habe ich zuschauer und da kommen andere zuschauer die sagen die wollen mit schocken da ich mir nur so nein ey dann müssen die doch gehen bester youtuber mach weiter so danke laura laura doch etwas gar nicht gesagt es war diese korrid oder so die war voll leise ne egal nicht schlimm guck mal was er bei bei deinen kommentaren kommentiert hat ja mache ich sofort tanz karen tanz im wäscher was hatte ich muss ihn suchen an ein bisschen besser kuckuck den habe ich nicht den habe ich leider nicht bekommen in season 2 ich habe den leider nicht bekommen diesen pony hop tanz ich wollte den gerne haben aber ich hab den nicht bekommen halli du hast du hast den bekommen ich hab nur eine ja ich hab den leider nicht bekommen diesen pony hop tanz ich hätte den gerne bekommen ich hab seit dieser eins gespielt aber ich wusste nicht was mag er klaut geschenk egal bin warte können du dir ist dein geschenk ist hier ja hab direkt abonniert und geliked lucas aua ehrenhaft ja halli halli kann ich und laura dann mitspielen ja okay dann et und legend dann geht ihr für 34 runden raus oder so dann könnt ihr wieder mitzocken bei mir ist grüner ja also meine ja ich hab doch gesagt egal im grünen ja doch slipper bekommen eigentlich hätte den mein freund bekommen müssen ich komm hier halli komm herrne mini hier hast du uns ja okay guck mal was er kommentiert hat im welt hat in welchem video hat er den kommentiert warte ich warte ich gehe mal kurz im haus kämpfen warte mal kurz warte warte ich guck was er kommentiert hat dieser spaß die kind war so eine spackung warte hat geschrieben du buster tourensohn inshallah stirbt stirbt eine familie oder er hat sogar noch falsch geschriebene so ein spaß sie ne erst so ein spaß die nur anleinando inshallah in dem wo du er sagt er sagt einfach inshallah stirbt eine familie ich habe nur gesagt du hundesohn ich habe nur gesagt du hundesohn weil er er hat gesagt du huren so ich sag mal so ich sag mal so du kriegst er alles im leben zurück das ist einfach so kammer kennst du wohnen können den gold wenn ihr repetiert findet gibt ich mag keine heavy heavy die ist irgendwie komisch man ist wer wer keine ahnung in dem wo du kommst ja habe ich gesehen habe ich gesehen ja nicht du nicht du et der schwitzer der beste von uns komm wir müssen zu halli halli komm du zu uns das entgegen du redest von leise man aber schon seit zwei stunden wo ich habe ein gold ja man gmbh heißt wer nennt sich gmbh schon mal seine eltern eigene firma kannst kannst ich mitspielen morgen heiße groß hab dich schon in der fl ach du hast schon eine fa geschickt ja ach so was so doch schon in einer fl der finde ich steht chill dich weißt du was passiert ist ich habe ich bin einfach runter gesprungen ja moin er sagt gokart gokart ist diese okay da heißt gmbh dachdecker bestimmt haben seine eltern bachdecker doch noch einer doch noch einer oha die karte hat nicht connected digga was hat was hat du für ein profil auf insta das ist komplett schwarz das ist einfach nur black also sowie xp hinter die hinter dir stand darunter okay wo die show bautisch hoch am besten da wollte jetzt einer noch mit spielen tot oh mein gott wenn ja ja die gehen alle auf ein um noch mit mini ganz spielen ekelhaft ne schweine was kommt raus komm raus ok nico mistelbauer hat abonniert er geht raus an dich kuss auf ok ich habe heute mein ja man ja man ich habe heute mein ich habe 300 355 abonnenten und et guckt in meinen 356 abonnenten wenn wir heute noch die 360 erreichen dinge verheizt ok kannst mich und laura einladen heiße lichten nicht ok et und legend nach vier runden lade ich euch wieder ein ok abonniert kannst du mich auch abonnieren der warum warum wollen alle immer abo gegen abo ich habe mich abonniert ich ja ich lade euch noch vier runden ein ok kommt einfach rein ihr diesen krank verrückten auf insta ach so auf insta ja wenn ich mir instagram wieder herunter lade warte mal wo ist das ja warte mal den ganzen laura kommen jetzt rein wieder warte mal warte mal ich hab wolf weg gemacht ich mach wolf wieder rein warte mal wo ist dieses schein mein bruder hat das aus versehen gekauft hat er gut gemacht weiß wie geil der mord ist nein ok dein freund kann reinkommen also dahin was weiß ich er dieser zeit kenne ich persönlich als ob den kennt dessen spaß die alter warte ich kenne 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 hallo ja lad dein kollegen ein laura ich weiß es nicht was ich muss ich muss zum stream gucken wie der heißt lichten profis ich mache jetzt privat ok lichten irgendwas ne sechs zuschauer grüße gehen raus an euch warte mal lichten profis herr wo bist du denn ich guck mal wo el ist scheiße el warte mal lichten ich schicke neben der fa auch auch wenn ich nie jemanden fa schicke warte lichten da habe ich schon den ersten fehler ich schreibe fehler lichten profis hört ihr mich noch lichten genau profis hallo 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 hört ihr mich mal fack wieder so ein komischer back ja habe ich alles schon gemacht lichten profis bitte andere ja wenn ich mir instagram wieder herunterladen und jetzt ja weil ich konnte nicht sprechen weil ich mir das autor geschrieben habe warte mal wie heißt diese laura sein bruder heißt zeit nicht erst so warte mal wo ist sie jetzt sie oder er das ist eine sie warte mal one shot wollte auch mitspielen keine ahnung ey hecke ne lucas aua wie heißt dir dieses mädchen da guck mal ist oft öffentlich ne join einfach rein ich weiß jetzt nicht wie sie heißt warte ich guck mal im stream ach so wie sie heißt irgendwas mit g ich gucke mit g aha ja okay komm ja dieser lucas aua soll einfach rein lad ihn ein ok kind hallo 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 hä ist sie stuhl lichten profis ja ich hab dir doch eine fa geschickt ich schreibe jetzt ausrufezeichen comment rein und du musst ausrufezeichen epic reinschicken da siehst du meine ganzen comments warte mein nightbot schickt die jetzt rein und macht mal alle bereit ich sag ihn hatte scheiße freche fehler hallo cornet mach mal bei mir wird das für die nicht angezeigt und lad mal lukas aua rein also der vom stream ein freund ich habe ihn auch schon fa geschickt ja hat der pech wer mir jetzt geschickt dann wenn wir schon in einer runde sind dann zählt die runde mit hat wir kommen jetzt in eine runde rein er ist gerade in meinem stream sondern oder ich weiß es gar nicht wenn wir heute auf diesem stream 20 20 leicht schaffen das wäre schon richtig krank drei likes wir 356 aus da war das schon krank alter ich bin jetzt schon seit vier stunden und 20 minuten wieder hatte schlecht sofort die nach hinten vor leute schicken noch mal ne digga schickt jetzt nicht noch mal eine fa nein du schickst mir jetzt eine hier eigentlich ich keinen zuschauern der fa weil er es schätzt weil du willst ja mit mir spielen also hier kommt mädchen mädchen cornetos was zu essen ich weiß das schmeckt voll ich hab jetzt einmal der fa geschickt ich schick keinen sonst neffa also zuschauern ja okay zuschauer aber auch freund jünger wohnst 200 meter von mir entfernt oder ungefähr ne oder ne bisschen weiter 200 ist zu wenig 500 400 sonne dreh auf jeden fall laura hat dich jetzt öfters mal öfters eingeladen und wir können jetzt nichts dafür dass du nicht reinkommst entweder bist du zu stur oder du hast irgendwelche kämpfe ich weiß es nicht halli wo bist du war er holt sich hier ist ein gegner braucht eine waffe ich habe keine matts matts ist sagen nicht die sagen schmerz sie sagen matts ich bin sicher kommen ja ich komme ich mache mich auf den weg zu dir bei diesem one shot das p groß habe ich doch gemacht man ich habe doch das p groß gemacht du schickst mir ich schick keine fahne juckt mich nicht du schickst mir seine tauren ich habe einen geholt wir sind pc lobby ne ach so ja stimmt alle halli hier sind bei mir voll viele gegner kommst mir brauchst du bandages komm her die zieht doch auf alle halli weiß wer hat bei mir ist java wallah hier war gerade einer drin er beleidigt mich einfach ohne grund ich habe die raus doch noch einmal noch ich bin ich bin Okay, ich nehme jetzt eine FA an. Ey, eigentlich will ich noch weiter stehlen, ne? Soll ich weiter stehlen? Soll ich einen Stuhl für dich holen? Warte, ich komme sofort. Spiel du in der Zeit, ne? Jollah, hier. Warte mal, Arjan, Bose. Ja, hi. Hier, spiel weiter. Mit dem? Ja, spiel in der Zeit. Ich komme jetzt. Aber schlägt in der Rede. Doch, ist scheißegal, Mann. Wenn einer was im Stream reinschaltet, ne? Dann sag irgendwas, ne? Jolla, spiel. Setz dich hin. Schämst du dich? Du musst auf die Nutz. Doch, du redest scheiß drauf, Junge. Ich muss jetzt irgendwie... So, Leute, jetzt stehlen für euch einer weiter. André, André. Ja, hi. Du musst auch mit dem sprechen, ne? Wenn einer was reinsteigt oder so. Ich stelle deine Einstellung ein. Das ist schon... Ja, deine Empfindlichkeit. Also, mit einem Skin. Ey, lichten auf Fotos, ähm, Profis. Ich höre dich jetzt nicht, ne? Aber mach mal, du musst dir sowas sagen. Ich heiße Eddie. Ja, du musst du alles vorlesen. Mir, das ist zum Beispiel... Moche. Hi, was geht? Ja, du musst... Leute, damit ihr das jetzt alle wisst, mein Cousin streamt jetzt für mich weiter. Ich komme sofort. Ich muss alles vorlesen, ne? Jolla, ich komme jetzt sofort. Ich spiele gerade, äh... Ey, Junge, du scheiße... Junge, du musst das jetzt machen. Was ist daran so schlimm? Wer ist denn alles so im Stream jetzt? Guck mal, sechs Zuschauer. Also, einmal mein... Ich bin selber mein Zuschauer, weil ich meine Nachrichten selber lesen muss. Hier einmal Nuhi, Erjamdos, André. Welcher André? Keine Ahnung, ich kenne dich. Hier nur... Den kennst du. Hier der mit Orange. Du weißt ja, das ist, ne? Ja. Ja, okay, Jolla, komm. Hey, Jolla. Schau, geh einfach vom Velo noch. Ja, bitte. Ja, was soll ich sagen? Das ist jemand, die in mein Zimmer drin. Wo gehen wir hin? Das ist voll viel. Hey, Laura, du bist bei mir leise geschalten, also stumm. Oh, Leute, ich gebe einen Kuss zu viel Lust. Hey, hörst du mich jetzt? Ich hör dich. Hörst du mich? Ja, Mann, Mann. Hey, ich habe einen Achtung hier, der Kiff-Finish. Hallo? Hörst du mich? Hörst du mich? Ja. Nein, ich habe nichts. Ich habe was. Hey, 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 hinauf, hinauf, hinauf. Ja, nice. Hey, stark, Leute. Lukas, hörst du mich? Ja. Lukas, hörst du mich? Ja, hörst du mich? Ja. Komm, ich bin so lang, ja, komm mal weg. Geh mal raus. Nein. Hast du die Angst, wenn ich sie vor? Egal, du zeigst mich, gehst du nicht so, nur des Guts. Du redest nicht, ne? Du musst reden. Hallo. Hallo? Ja. Ja, ja, reicht nicht, ne? Ey, wer musst du reden? Ich rede die ganze Zeit. Jungs, äh, er redet nicht. Na, okay. Reden die anderen die ganze Zeit? Wer? Ja, äh, hier, Cornette und Lichten. Bisschen schon, ja. Er muss auch reden, ne? Muss ich, äh, muss die Zuschauer unterhalten. Ich rede permanent im Spiel. Ja, schuldig. Ey, Leute, hat jemand von euch, äh, Verbände oder so? Nein. Ich hab Verwände. Ich hab Verwände. Sag ihr, kannst du noch, ja, brauchst du fünf Verwände. Doch. Nein, drei reichen nicht, wenn du 30 HP hättest, ja, okay, brauchst vier. Ey, Leute, das ist für richtige Erdmann, ich gehst den Kuss auf den Mus. Ich hab die noch einverwandt. Ich weiß jetzt nicht, ob die nicht verwendet. Ich hab die nicht verwendet. Ey, da drüben sie noch weiter, ich hab gerade Solo-Squad 22 Kills gemacht. Tschüss, Alter, was bist du für ein Suchtier, ey. Fortnite bin ich nicht gut, ich bin ganz ehrlich mit euch, aber in COD ist das eine andere Liga. Ich sag das aber so oft nicht. Wasser. Alle abonnieren, ja, Anzeigen. Soll ich, wenn einer sowas reinschreibt, hast du gerade gesehen, da stand einblenden und ausblenden. Hast du das gerade gesehen? Ich frag so's da. Soll ich, wenn einer so lieben Kommentar, deinen Schalter macht einblenden. Dann mach dir in vier, fünf Minuten und bam. Oder soll ich das alles schon machen? Komm, ich mach das schon mal. Das ist okay. Vier Stunden und dreißig Minuten im Stream ist schon. Tschüss. 357 Abonnenten. Also heute habe ich 11 Abonnenten Plus gemacht. Ist auf jeden Fall geschmackhaft. Boah, grad war mir irgendwie so schlecht, ne? Ja, ist das jetzt die zweite Runde, die du hier spätst? Na, mein erster. Drei Kills. 17 Likes. Guck mal, wie krank der Stream abgeht. Hallo, guck mal. Ich bin gespannt auf die Wiedergabezeit vom Stream. Also, in wieviel Stunden der Stream geguckt wurde. Ich denke mal, der Stream wurde in 30 Stunden geguckt oder so. Ey, Karin, du bist der Sucht, äh, du bist der Sucht wie ich oder wem meinst du? Hast du gesehen, dass ich gestreamt habe vorhin? Ne. Ey, einer denkt die ganze Zeit du spielst. Wer? Keine Ahnung, einer von den beiden. Ey, Grube Cornett und Lichten, No Profis. Ich hör euch jetzt nicht, aber mein Cousin zockt gerade. Ich zock nicht. Er zockt natürlich nicht. Schau auf, Bruder. Ey, was hast du noch nicht? Ey, was hast du noch nicht? In... In... Also, er war Level 60 ungefähr so wie ich in GTA. Dann war sein Account irgendwie weg, hat der neuen Account gemacht. Und er war innerhalb von einer Woche Level 40. Einen Tag habt ihr einmal von morgens bis 24 Uhr gezockt, GTA 5. Stört meine Tastatur? Soll ich die weg tun? Ne, geht schon, alles gut. Was ist das denn für ein Noob? Hallo? 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 Ey, mach's morgen wieder ins Stream! Hier kommen meine Cousins, alter! Hier sind Gegner! Sag dem was, wir müssen ja mal so was sein. Ey, Zone, ne? Ja. ich zirke 84 stunden ja kein leben alter bin richtig der suche ich habe wir schauen bekommen ein kurs ein verband zwei am besten weiß was meister ich habe durchschnittlich 5 zuschauer aber manchmal habe ich auch 3 dann 2 dann habe ich mal wieder 10 hier meine kurs ein kommt da hinten Da, hier kommen sie! Alter, einer hat der 66er Headshot, Alter! Der ist richtig lower, ich war! Was für ein Schein! Saura, saura, saura! Oh, die Schuhe! Pyramide, Pyramide Deckel! Träubchen! Träubchen! Sauber! Er redet nur, wenn du kommst! Ah, ja! Wer hat das geschrieben? Dieser Andere ist der Beste, 44942 Hat der ihn? Ey, die oben sind voll die abschließend! Oh, du musst bauen! Junge, was machst du? Bist du Stuhl? Komm her! Saura! Hits! Hinter dir, oder? Schieß doch auf ihn! Oh, fuck him! Oh, du machst schon viele Kills, ne? Im Rocket Launch, scheinbar! Jetzt frag nach Rocket Muni! Ey, ich brauch Rocket Muni! Ja, okay, du brauchst trotzdem nach Rocket Muni! Da ist ein Mid-Kill, da ist ein Mid-Kill! Geh da schnell hin! Hat der Muni's oder so? Tot 1 von Triple! Der Muni ist so richtig weit weg! Hat er 5 Kills gemacht? Ja! Oder schon besser als du? Wahrscheinlich! Ich hab gestern auch mit Issa und Issa 20 Kills gemacht im Dingsfeld! Hatte wir Trumpets von euch! Ich hatte 9 Kills! Issa hatte 6! Und Issa hatte 5! 5 Kills! 5 Kills! 5 Kills! 5 Kills! Wer sagt das? Keine Ahnung! 5 Kills! 2 Leute? Nee! 3 Leute! Das ist nicht aktuell von Youtube! Beispiel einmal stand, ich hab 10 Zuschauer! Ich gucke 8 Zuschauer! Das hier, was hier oben angezeigt wird, ist aktuell! Also bei der Map! Position ist... Am Arsch! Ey, ihr habt den Trumpets! Ich gucke mal, wie viele Likes der Streamen hat! Das macht schon Spaß! Ey, das sieht voll geil aus, ne? Das schon! Einer sagt, nee, das sieht nicht so geil aus! Ach! Von gar keinen Geschmack, ne? Mein altes Thumbnail sah nicht so geil aus, ne? Mit diesem grünen, ne? Das hab ich aber auch nicht selber gemacht! Das wurde mir erstellt! Soll ich den Berg auf, ne? Ja, geh hoch! Nee, nee, ich geh lieber aus noch um! Ja! Fick schade! Dreh dich um, dreh dich um! Ich muss eh... Ja, okay, gut! Du hast immer draufhören! Bitte so leise, Bruder! Okay, ich kann mich nicht konzentrieren! Warte mal, wer dir geschrieben? Wo sind die anderen, bitte? Hey, welche anderen? Was meint ihr denn? Hallo! Hallo! Wollen Sie sehen, was ihr geschrieben habt? Einen hab ich! Ja, wir müssen weitergehen! Wir müssen weitergehen! Wir müssen weiter! Scheiß drauf! Zweier Ticks, ne? Du überholt die Torme noch, wenn du jetzt keinen Scheiß machst! Ey, der stimmt da die ganze Zeit rum, alter! Wer? Keine Ahnung, der hier oder so! Wollen? Woll mal! Er so... Ey, was soll denn da machen? Was? Das muss ich mir jetzt nochmal im Stream angucken! Wenn er 20 Kills macht, 10 Euro. Hey, komm, sei mal leise. Bruder, sei mal leise jetzt. Ich kann mich nicht spazieren. Allein, er hat gesagt, wenn du 20 Kills machst. Schön, hörst du das? Ja, schön. Ey, der stöhnt ja die ganze Zeit rum, Alter. Du meinst, Achim, das sieht Dito. Ey, der stöhnt ja die ganze Zeit rum, Alter. Keine Ahnung, der hier oder so. Ey, Digga, das machst du jetzt nicht ernsthaft, nicht nur Profis, ne? Er sagt, ich hab ehrlich gesagt, ich gestöhnt. Nein, deshalb habe ich das jetzt hier auch nicht immer stehen. Ach so, er hat gesagt, er hat gestellt. Stauber oder so? Ey, Digga, die so stehen mal ein System, Alter. Komm, ich will die Zuschauer. Nee, Entschuldigung. Viele. Ich weiß noch, was wir machen müssen. Jetzt, x, x und drei Zuschauer, okay. Ja, das kommt gleich, das kommt gleich. Wie viel Aqua-Controller? Ey, auf mich hat wer gesneidt. Oh, 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 der war ganz nah. Aim is lost, aim is lost. Rocket launcher, rocket launcher kommt los. Guck mal, wie viel Aqua-Controller hat. Sailen. Bau, Bau! Von, äh, von wo? Südwesten, ne? Von da unten, ne? Von da unten. Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von wo? Von Berg oben. Von wo? Pass auf, hinter dir auf den Pern. Scheiße. Oh mein Gott, der hat einen 150er-Hit. Dein. Er hat gesagt, wenn du Zaun-Skills alleine machst. Pass auf, von hinten. 10 Euro PSN, kannst ja gar nicht mehr. Ja. Langer, ja. Nein, Alter. Komm mal, wie viel Aqua-Controller hat. Wie viel Aqua. Zwei Balken, okay, geht noch fit. Schlecht, Alter. Wer, dieser Typ? Na, Spaß. Wie lange willst du noch spielen? Wie du willst. Scheißegal. Ja, wie du willst. Sag du, willst du zocken? Nein, ich spiel. Hallo? Hallo? Er hat sechs Kills gemacht. Wir hätten eine Runde Schwachwerkels. Was für ein Bucksack. Können wir noch eine Runde spielen? Ja. Ey, können wir noch eine Runde spielen, oder? Ja, ey. Ey, Digga, ich hab zwei mit den Hebristen. Warte mal, wie viele Runden haben die jetzt gespielt, fragt sie. Wie viele Runden hat die jetzt schon gespielt? Äh, die zweite, war das gerade. Haben die gesagt? War's doch mal. Zweiter hat der gesagt, dass er jetzt. Die zweite Runde. Ja, also jetzt dürfen die, also sie haben jetzt eine Runde gespielt und noch drei Runden. Noch drei Runden. Dürfen die nur ein paar Runden mit dir spielen? Ja, das ist immer so. Oh ja, sorry, du bist Fame, Alter. Oh mein Gott. Weil noch andere mitspielen wollen. Ich würde mich jeden von deinen Abonnenten wegflexen, Alter. Ich bin schon seit Season 1 dabei. Ich bin ein richtiger OG. Ja, seit Season 1, ne? Ich bin ein richtiger OG, Alter. Das ist ein Bot. Wie ist das? Das ist ein Bot. Das ist ein Bot, der zum Beispiel, ich schreibe jetzt. Laura. Ja. Rausflügezeichen. Ja, wieso sind die immer stundig schnell? Und hier so. Jetzt schickt er ja was rein. Leute, wohin? Laura, es ist bei mir immer stundig. Geh mir wieder zurück. Guck jetzt, guck, der schreibt jetzt was rein. Ey, hast du Lust mit meiner eigenen Stinken? Das dauert eigentlich nicht mehr. Ey, Karin, hörst du mich? Nein, er hört sich nicht. Siehst du? Ey, sagst du den einen YouTuber, mit dem wir gerade spielen? Dass du die Stimme spielst, ich bin besser. Er ist der jahrenhafteste YouTuber. Wenn ich bin der Meister! Meinst du gerade mich? Nein, den YouTuber. Ach, so der? Ja, sag ich den Später. Ach, Anlaili? Ich gebe den Kuss auf die Eier. Wer ist jetzt? Wer ist das? Leute, ich bin Red House. Äh, Red House? Come on. Prank mit, ne? Ich spiel auf 8. Ich spiel auf 10. Ich spiel auf 1. Da habe ich nichts gemacht. Hört ihr mich? Nur von Laura der Sound, schmiert wenig dochende ab. Sie ist immer schon gescheitert. Das ist jeweils schon's lại. Junge, ich habe zwei Wochen ohne Auto gespielt, ich bin immer besser als du. Eine Woche lang? Zwei Wochen. Ja, 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 ja. Wohnt mal. Ich habe gestern angemacht, direkt mal in Kölzer gegangen. Waldo, hört sich nicht? Hey, passt auf hier, komm, geh mir! Oben! Geh weg! Oh mein Gott! Weg hier! Oh mein Gott! Wie lange denn noch? Ey Etienne, bist du Legend oder ET? Schreib mal. Ich glaube du bist ET, ne? Ja, jetzt dürfen die noch zwei Runden mitspielen. Das war jetzt gerade die zweite und die sind schnell gestorben. Zwei Runden und mein Cousin spielt gerade. Also ich höre auch gar keinen Game Sound, er hört alles. Zwei Runden dürfen die noch mitspielen. Soll ich dann mit euch zocken? Oder soll ich dann mein Cousin mit euch zocken? Ey, ET, schreib mal rein, ob mein Cousin mit euch zocken soll dann oder ich. warte mal. Warte mal. Hey Leute, mein Bruder! Hier können wir uns der 10. Nein! Super! 10, mach mal 8,5. 8,5 und jetzt 9,5, 9,5. Wohneiger. Scheiße. Das machen wir so. Hier. Du spielst viel zu schnell 10,10. Das war gut. Ah, sorry, sorry. Hammer. Der rufst hier ein Esel, alter. Ohlo Allah. Das muss ich mir anbringen. Der rufst... Ey Bruder, hör mal auf. Mein Bruder labert die Gaffe völlig scheiße. Wohneiger. Das machen wir so. Hier. Du spielst viel zu schnell 10,10. Das war gut. Wie daaa. Wie ein Esel, alter. Wie ein Esel rufst er. Erstmal stöhnt er. Ja? 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 Dann... Dann rufst er. Was kommt als nächstes? Furzt er in sein Headset rein? Warte, muss er so lassen so. Der. Ja, komm. Ja, komm. Ja, komm. Guck mal, nur noch so. Oh Allah, fuck. Schau, er so. Oh Allah, er rufst dich. Stimmt. Und jetzt rufst er. Leute, wohin? Guck mal, ich will Zuschauer. Guck mal, ich will Zuschauer. Guck mal, ich will Zuschauer. Drei Zuschauer. Ja, du kannst reinkommen, ein Platz ist frei und dann kann Legend reinkommen. Also die spielen es nur. Diese Runde und danach noch eine Runde und dann beide. Du? Warte mal, ey, Etienne und Legend, falls du gerade im Stream bist, soll mein Cousin gleich mit euch zocken oder ich? Also gerade zock mein Cousin mit euch. Ich verfolge halt nur den Stream und er zockt halt. Ey, ich gebe wie main oder wach, weiß nicht. Ja, main. Komm main. Von oben oder von unten? Du, ach so, ja, okay, dann sag ich. Ja, okay, das sind eh vier und ich zockt. Wo ist eh schon heute bestimmt drei Stunden gezockt oder so, ne? Hallo? Ich? Ja. Ich hab mehr gezockt. Vier? Ungefähr so, ja. Ich hab vier, anderthalb Stunden heute schon gezockt. Geht eigentlich fettes gar nicht so lange. Ich bin gar so gut. Ja, ja, ich höre mich. Brasii. Ich müsste ein Video auf OCC-App zeigen. Ich guck dich zu. Ey, der sprengt hier die ganze Pudermus. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Guck jetzt. Guck, guck. Guck, guck, guck. Warte. Guck, guck. Guck mal, guck mal, guck jetzt. nur ein Schiechern siehst du guck jetzt guck jetzt mal die Position hab keinen mit mit Bautor leckt du kannst gar nicht bauen okay 200 was gerade los die Leute im Internet okay warte zu viele Leute im Internet aber würd ich hier zocken das würd mich aufregen aber du zockst dir von daher hilft mir das eh nicht Pin geht jetzt runter ganz geschmeidig A wieder hoch hoch und runter warte ganz märz wlan so ein harzer Wlan Telekom okay 50 so soll bleiben 60 okay so oh der kitty catty kitty catty kitty catty ey warte 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 hit warte k hey so okay hallo 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 ja das ist jetzt eure letzte runde und dann also jetzt dann vier unten getrockt das war ja noch andere ein deshalb muss eigentlich alle alter ich lade ihn mal ein der zockt alleine der idiot sind kreativ ja ich glaube schon morse bist du morgen wieder live wenn man gleich bis können wir dann wieder mitspielen ja könnte gerne ja okay danke ja ja Okay, ich bin wieder zurück. Oh, was machst du da mit meinem Hitzit? Okay, so. So, ich guck mal, wie viele Zuschauer. Okay, vier Zuschauer. Grüß ihn raus an alle. Wer weiß, wenn wir heute noch die 20 Likes schaffen würden. Okay, 17 Likes, ein Dislike. Geht für zwar ein Lama. Ne, das ist wie Gegner. Ah, shit. Fuck. Ich muss ins blaue Haus gehen. Ich muss, ich muss. Ne, ich geh ins Red House. Wenn du eine Army willst, wie heißt sie dann? Hä? Der hat laberst du. Ich geh tankstelle. Ich hab eine Waffe hier. Ich bin tankstelle. Ja. Ich hab eine Mini für dich. Okay, tankstelle ist ein chest. Was selten ist. Okay, ich hab auch eine Waffe. Will zum Busch haben. Warte. Ja, den Busch brauche ich nicht. Okay, wo ist der Mini? Ich hab eine Waffe, ne? Nimm die sie mit. Ich hab eine graue Börse schon. 5 Zuschauer. Ah. Fuck. Ich hab keine Mets. Ja. Oh, ey. Die bewegen sich so. Okay. So wie, äh. Posier Army. Äh. Das meine ich. Willst du eine Army? Hast du? Ja. Wann machst du mich eigentlich? Du hast ja mal gesagt. Soll ich dich jetzt eben oder aus? Wo ist Laptop? Keine Ahnung. Was ist das? Ist auf der Festerbahn. Okay, äh. Hey, der kommt jetzt. Okay. Was denn? Ja, okay. Ciao, Leute, ne? Ähm. Ich tue ihm eventuell morgen nochmal. Dann... Ja. Ich zog jetzt mal ein bisschen mit den Jungs an. Gehe ich vielleicht offline. Hä? Äh. Äh. Was für... Keine Ahnung, was du meinst. Ich geh mal jetzt bei ihm rein. Karin? Ja? Oh, Brodie. Was mache? Nix. Ey, ich muss Moderator... Äh. Ich meine, ich muss Anführer sein. Damit ich mich krasser viele weiß von meinem Spaß. Okay. Ey, Bro, ich kann noch eine Runde zocken, dann muss ich auch, ne? Ja. Ja, okay, dann zock ich mit E. 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 Let's go, ja. So ein No-Skop, ne? Ich komme von 86 Meter. Hat der einen No-Skop gemacht? Mit Sniper? 80 Meter. Tchü. E. 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 ist besser als ich das ist das steht fest aber du hast gesagt wir machen heute bis drei haben wir gemacht ich habe gewonnen ja okay ja okay ich kann gerade gar nicht bearbeiten ich will mit in 1 1 ich bin besser ja andere wahrscheinlich bist du besser mit deinen neuen jahren andre dieser andrea will morgen geben ich vor noch machen dieser neunjährige denk wer ist unsere runde ist das kennst du mr savage doch ja stimmt ich kenne ihn aber nein ich komme auch tanki lass mal ein paar jungs wohin geht ihr nein ich glaube sterbe nein er setzt mal bitte hin du störst mich alter geht doch gleich vor meinem monitor tanzt doch da vor meinem monitor okay was das monitor fernseher aber eine hat eine größe von einem monitor als ob mr savage in unsere runde ist nein ich habe lagerfeuer soll ich placen nene doch macht mal ach wie der regt mich auf nein ich hatte ein hp egal ob wollen wir sehen in fünf tagen nicht du sondern ich stehe ich so spieler nicht hätte dies trotzdem gut und besetzt sich mal hin halt das ist setze ich doch hier auf mein schreibtisch jalla komm mach so hier so na wie geht's hier hier dieser andere er sagt in fünf tagen also er kommt ja er ist ja noch im urlaub er wird mich auseinander nehmen du und deine neun jahre wird gar nichts machen ich habe aber noch was ich habe aber noch nicht alle meine aufgaben gemacht hier komme ich bekomme ich kann noch acht und 38 ep bekommen noch zehn sternen so auch wollen wir sehen ja werden wir sehen hat nicht so eine große klappe mit den neun jahren alter wie ein internet drum wo erstmal macht der beef mit legends andere ich könnte dich selbst wollen im einsatz 1 jahre obwohl er wie lange hast jetzt nicht mehr gezockt ein jahr oder so was denn ich hab's doch heute 30 genommen alter und du spielst auf pc ja dann habe ich mir den high ground cool was heißt über die ja und okay dann kann es vielleicht ein bisschen besser als ich bauen so trotzdem bin ich besser als du ok 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 setz dich mal hin junge mach dein handy auf guck stream mr savage war doch niemals drin ich guck jetzt ich spiele zurück ok hallo ja von ghost isa mungurl und so ich weiß ich guck einfach später ja ich kann auch mit munition kämpfen gib mir eine waffe ohne lachnader munition bin ich zufrieden komm ich beginne mit legend und dann dein kurs hat man dann ein kurs an der ex-spieler und dann du heißt er ist dieser et herr jung ist was mit euch los hallo irgendwas oder die habe ich bei dir gestimmt sagt dass sie ihnen ja Ja. Den Headset ist raus Die bauen hoch, die Pisser Keine Mets mehr Rede doch, hä Junge, ich rede doch die ganze Zeit Oh mein Gott, hast du gesehen, Hauptsache ich hab ihn geholt, Ehre genommen Ey, setz dich mal hin, ich sag dir es jetzt schon zum zehnten Mal, reg mich auf Ich guck jetzt, ob Mr. Savage drin war Ey, Alter So Boah, der Stream hat schon eine gute Grafik, ne Playstation 4 Pro regelt Ey Guck mal, nimm dir mal jetzt diesen Kack-Hocker da Und setz dich da drauf Hallo Ey, ich hab euch gehört die ganze Zeit Ey, was ist jetzt mit Ich muss ihn stumm Ja, was ist Ja, was ist Was ist Ey, mach mal nur mal ein Squat Achso Ähm Ey, na, achso, okay, ja, so Hier War, ich guck jetzt, ob Mr. Savage Erzähl, hat er mich entstummt? Hallo Hat er mich gestummt? Ey, du sollst ihn entstummt, hat er gesagt Hat er mich gestummt? Nein Besser von dein Kopf Ey Karin Weißt du, dass du schlecht bist? Junge Du sagst, ich bin schlecht, obwohl ich dich auseinandergenommen hab Ey, guck mal Ey, es fehlt mir nicht mehr viel Wart mal 33 EP, alter Diese Scheißen 33 EP Diese Scheiße, ja Irgendwie kommen jetzt gerade gar keinen Zuschauer rein Boah, vor 1-2 Stunden lief der Stream Nein, ich hab mir noch keine Bella Gold Ich glaub, ich hol mir auch keine Guck mal, ich wollte diese Chips heute essen Ich hab das locker jetzt hier schon seit 3 Stunden stehen Was? Nee Also ich Aktivste Boah, ähm Eigentlich mein Cousin Mein, äh Unterschiedlich Mein Cousin und Mein Freund Die kommen ab und zu im Stream rein und so Sie sind das Sie sind wie der Araber drin Trotzdem nehmen wir die Ey, Junge, wie auch soll ich das noch sagen? Stehe nicht neben mir Lass mit nur den Böllern Ja, ne Mit Nur und Jabl das Liebespaar Lass das mit Lass Hier lass äh Äh Ey, nur lass mit Jabl und Nur Das Neujahr Das Neujahr Genießen Weiß was noch gesagt hat er so Nur, du möchtest ja mit Jabl das Neujahr genießen Das Liebespaar Wallah, das ist so Böller Haram Ja, ne Ich bin noch nicht gelandet und ihr, ihr seid da schon am fighten Ey, da ist ne Pam, da ist ne Pam, da ist ne Pam Waffe Ey, Etien hast du noch keine Waffe Oh, oh, oh nein warte gegner da sind gegner ich kann ich konnte nicht da waren zu viel gegner wenn ich geld hätte ja kann man machen aber böllor ist daran aber ich kaufe er sagt böllor haram aber ich kaufe diese logik er hat mich gelasert er hat mich gelasert ich mache jetzt mit dem schwitzer spiel wie so okay schwirr der 22 kills geholt hat und den ausgub gemacht hat mit sniper nein dieser ätchen ja genau der solche warte mal ich lade jetzt diese laura ein von gerade und dann macht und den kollegen dann machen wir gegen den beide okay wenn die auseinander nein dass wir beide gegen die warte ich schreibe kommt rein vielleicht höre ich dich jetzt vielleicht kann ich jetzt gleich sprechen chill okay noch hörst du mich sollen jetzt einmal gehen wo es das kacke ok hallo okay du hörst mich noch einmal muss man gönnen ich mache schon seit jahren kein silvester mehr wallah du hast adhs-syndrom ich sag dir zehnmal stehen nicht neben mir so komm lass bei denen rein join okay dann join zu mir rein okay okay ich höre dich nicht du musst lauter sprechen ja 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 warte wo ist jetzt hier dieser art ist weiter aufgegangen oder diesen offline gegangen manchmal redest du leise dann genau wenn ich dann 1 1 komm komm wir machen jetzt 1 1 komm aber nicht so nicht so wie steht die ganze zeit die man hat gesagt nein nein ja legend das soll schon deine aufgaben gemacht hast du in gruppe geschrieben ich habe nur nicht auswendig gelernt ich muss sechs zeilen das war nur spaß ne wechsel dummer team jetzt kannst du nicht rausspringen schauen noch zu alle lachen hast du lukas aber du bist ja aufgegangen ja okay ehrenhaft dass du zuschauen wer weiß wenn du den stream teilen würdest damit wir auf diesem stream noch die 20 likes schaffen drei likes fehlen mir noch drei likes was macht euch nicht doch nicht wie du hast kein in einer klasse internet besucht mir hat es gibt jetzt das wlan passwort wo sind die einstellungen wer ist denn ein lobby gekommen einer aus meiner liebten aus dem ort neben meiner wohnung also als dem ort neben meiner wohnung nein das ist wlan und das hier muss ich jetzt nicht den namen sagen sonst kommt einer hackt mir mir den wlan man weiß ja nie bei den internet rambos 1000er ping wer du er muss noch 20 likes schaffen muss ich nicht mein ziel war heute 15 likes zu schaffen ich habe geschafft ich hatte heute 346 abonnenten mein ziel war ist 355 erreichen habe ich gemacht ich habe sogar 356 also nicht runterschießen keine bounce pads ich kämpfe während des 20 respawn kein sprengstoff und wenn es geht bitte nicht die schweres leib die scheiße jetzt ist wieder leise seit ehrenmänner ja genau hört ja ich mann ist auf einen gegner drauf der kill zählt einfach nicht als wenn man mit mit der schweren sniper ein kill macht dann war das schon lack shot es geht noch nicht los ne ne es fängt auch noch nicht an ey du bist voll leise man was hast du für ein headset er hat auch gbl wie du mein cousin hat auch die welt erst auch immer von leise mein cousin ich hab lenkraketen bekommen hey ich starte die nicht okay ich starte was denn für ein bug so wie auf eis ja habe ich eh nicht gestartet hatte ich auch nicht vor zu starten so jetzt werden wir mal den patienten versuchen hops zu nehmen ich versuche es was war deine meiste killzahl im public nicht in disco ja was war deine meiste killzahl jetzt nicht in disco dominanz ne egal meiste killzahl und du wie viel ins hast du ich spiel auch nie solo ich spiel solo nur zum aufwärmen deshalb habe ich auch nur zwei solowins wir schau sofort grad zu ey ich komm sofort ne in 5 minuten Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Okay. 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 Ach, ich hab dich ja voll vergessen. Nein, lad. Danke dafür. 400 Meter? Ja. Warte mal. Komm, du bist. so lange habe ich gebraucht eigentlich wollte ich beten gehen aber zwei zuschauer und was reingeschrieben andere ist der beste wo ist er hin wieso wurde eine falle ausgelöst hör doch auf in der luft abzuschießen das ist dreckig spaß die du hast du hast noch bekommen mein cousin will gleich einmal gegen die socken was hallo lasst doch mal hey junge lass so noch mal die tür zu bitte doch okay nicht dass wir eine falle place hat beim laden neben main ja skar pascali bombali ehrenhaft so wo bist du kommst du zu mir habe ich gar nicht hey du bist ja was habe ich gar nicht du lügst hey höre auf unterzuschießen hör auf junge junge mann bist du ein spaß sind wenn dir sterbe ich mein cousin bin ich gestorben jetzt du spielst du scheiße naja ich gebe dir gleich eine faust ich gebe dir so eine faust und meine fresse das rückwärts im krankenhaus reinläuft sei leise mädchen sonst gehst du hier raus hey hör auf hör auf sei leise ich baue jetzt wie ein bot ok hör doch auf runter zu schießen ich schieße mich noch einmal runter ich bitte kann sie dann ein alki fasst mich noch einmal und du gehst raus fasst mich einmal an trau dich schweinekind verpiste ich mir dort jedoch egal ne ja es mir auch gleich egal wenn nun gleich eine faust von mir bekommst verpist dich mädchen hey hey Vielen Dank. So, Digga, hör jetzt auf. Ey, hör auf. Ich höre, du hast irgendwas gemacht, ne? Komm mal, ey. Ey, ich sag, hör auf. Ey. Hey. Spasti, du. Du fuckst mich ab, Junge. Hör auf, mich runterzuschieben. Ey, geh in dein Bett. Geh in dein Bett. Ich bin mein Bett. Schlecht. Ah, guck mal. Ich bin... Ey. Jetzt sei leise. Ja, aber nee. Du schweinekind. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Okay. 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 Mein gott alter die ganze ist zwei spaßten von den regen schauf und du riecht sich auch auf alter ich könnte dich jetzt wenn ich wisse du bist ich für euch könnte sonst lange ja ha ha mädchen sei leise macht noch gibt noch einen mux von dir ja shotgun 52 junge geh nach dahinten vor schlage regt mich auf richtig auch auf einem zocken ja eigentlich schon ja sei leise gibt noch einen mux von dir ich geh zu bauern was dann ja die ganze träge mich die person auf wie soll ich jemanden holen wie soll ich jemanden holen so wenn ich der schlechteste ich muss eben ein stream öffnen offen machen zwei spaßen regen mich hier auf halte warte mal ja das ist einfach so einmal hier mein scheiß cousin auf zu lachen aber ich gibt sofort ein fausten juckt mich nicht ob du weinst oder nicht weinst du hast keine angst von mir hör auf okay ich bin noch durch bis die sechs stunden am stream bin weil ich will eine sechster stehen haben sei leise mädchen ja habe ich überhaupt zu lachen ja ja au du bis oh tu aus mich befreit aus nicht befreit je ja ja jippie jippie halt die schnauze jetzt mädchen regt mich auch missgeburt und kein wort er ich komme sofort warte ja komm ein scheiß spaß die kursen gespielt die kind alter auf zu lachen wenn ich zu hause bin ich werde ein scheiß jbl-kopfhörer nehmen hallo hörst du mich gut ja oder ich werde ein scheiß jbl-kopfhörer nehmen auf den boden schreien die ganze zeit ärgern ich lache hallo ja wir lachen nicht blöd mann wir lachen wir lachen die 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 Fuck, Alter. Hey, Junge, hier, der regt mich auch noch auf, Wallah, ich würde ihn gerne so in seine Fresse auf, obwohl er gar nichts macht, weil er mich eigentlich nur die ganze Zeit rasiert. Einmal du, du Spasti-Kind. Lustig, ne? Schanzier, Alter, das ist alles auf YouTube. Spasti-Kind. Junge, das können 300 Leute sehen, Spasti-Kind. Wegen wie blamier ich mich hier die ganze Zeit, ver-vergessst du meinen Scheiß-Hetzer zu stummen? Die Schnauze, die Schnauze. Das bin ne Comedy-Show, Alter. Schlech. Scheiße, Alter, ich war low. Ich hatte 10 HP. Hey, jetzt steh mal auf, ich hab's hier den Pulsar. Nein, der regt mich so auf, obwohl er mich die ganze Zeit nur rasiert. Äh, was hat er gemacht? War nicht. Ey, ich fall runter. Nein, nicht du, nicht du. Steh mal jetzt auch vor meinem Scheiß-Hetzer. Ja, warte mal. Kennst du den Halli-Stuhl? Ey, geh, ver-pisch dich und lass meinen Controller los. Lass meinen Controller los. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, zwei, eins. Drei, drei, zwei, eins. Oh, das war es. Drei, zwei Kinder, zwei, eins. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.